ja hallo und herzlich willkommen zu einem wunderschönen freitag haben wieder mit hand und natürlich ist der guttags auch dabei hallo schön dass du eingeschaltet habt die 3 die 3 ist auch dabei ja ich hoffe euch geht es gut ja ich wusste du hast runter gezählt und dann dachte ich habe ich die drei jetzt nicht gehört habe ich schon mal rüber geschaltet das ist du drei was ist denn jetzt muss ich schon rüberschalten okay ich schalte schon mal rüber drei du hast so einen komischen rhythmus gezählt hat das eins zwei drei ich so okay ja hier war das halt so dass ich irgendwie gucken müsste dass sie eine tun 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 die tun die tonspur die tonspur dass die tonspur da ist und hallo grimmels dankeschön für den 29 den monat wo du automatisch richtig berechtigt bist für ein steam key den ich dir gleich gebe den habe ich noch nicht aufgemacht denn momentan ist für das september und im zeitraum vom september gibt es für jeden für jeden sap ein steam key ein random steam key guck mal das grimmels freut sich warte ich suche warte lasch decken aber natürlich ist es so dass natürlich wenn man den stream anmachen will irgendwelche probleme kommen die man ja die man nicht gefasst ist das komplette spiel resettet und da müsste noch mal alles noch eingeteilt eingestellt werden und wenn man gerade eigentlich rüber schalten will und dann ja scheiße das spiel läuft in was hast du gesagt in handy größe bei dir und da lief irgendwie 1024 mal 768 und alles und alles war resettet ja gut wenn du nicht möchtest dann sage ich dankeschön und dann gebe ich dem die dann weiter ich muss nur gerade eben kurz selber habe ich den die keys hingepackt ach da gab sie doch gefunden datei gefunden ich habe schon lange keine hand gespielt das ist richtig momentan wieder rein zu kommen ein bisschen auch in schmäh und schmäh reingeschaut davon einmal ein bisschen wirklich da ist ja gerade das neue neue das neue addon rausgekommen so müssen wir mal kurz die hand ausrüsten irgendwas haben die geändert oh warte mal vielleicht sollte ich auch den ton lauter machen vom spiel ja lass die ohren los lass die ohren wegfetzen ich habe gerade nichts mehr gehört vom spiel wo es gar nicht mehr läuft ach war das so micky micky hallo schönes eingeschaltet das wie geht es wie steht es generell bei euch allen wie ist es wie ist es so wieso habe ich eigentlich den ach den habe ich glaube ich durch den twitch aufbekommen so ich muss erstmal gerade wieder auf das spiel klarkommen warte ich kann hier Dinger klein machen und dann kann ich die wieder hier groß knüppeln dann kann ich hier Sachen irgendwie verkaufen wie ging denn das nochmal oh ich konnte schon wieder zu bett meine Güte ich auch guten Abend bis zum nächsten mal tschüss danke fürs reinschauen ach das ist einfach so unglaublich kann das nicht mehr nehm ich überhaupt mit wie viele punkte habe ich überhaupt übrig ich sehe es heute nicht sechs warum sortieren die daten hier nicht vernünftig also ich muss sagen ich komme mit komplett klar mit dem on interface ist ja schön für dich wieso kann man das hier nicht mehr sortieren nach nach preis offensiv defensiv Moment sehe ich das jetzt noch nicht mehr search on filter ach na klar ist dann unter filter ja na klar ich nehme mal necro mit gönne ich ok man kann ja eigentlich einen Haken machen damit ich Sachen kaufen kann damit ich nicht erstmal gefragt werde ob ich das wirklich will das ne danke nehm wir das noch mit so so warte mal Katzi wo habe ich denn diese Stelle einfach schon wie am Finger her durch die Stelle am Finger ich muss eine Shotgun und mit der Shantinel muss ich Damage machen ich fange damit erstmal an ich fange mit der Shot hier an wenn ich meine Hand da ausrüsten kann ich weiß nicht ob ich die Winfleet Sentinel die müsste ich eigentlich äh Centenarium habe ich ich glaube was ist die Sentinel ne bin mir nicht sicher mit den neuen Namen auf jeden Fall muss ich auch noch 50 Ziele mit Feuer töten also Zombies 50 Ziele mit Feuer ja Töte 50 Monster aber ich habe Feuer auch noch mit ok dann ist gut weil ich bin weil wir haben ja wenn dann alle glaube ich die selbe Quests ach nö ich müsste ne Winf ich müsste eigentlich ne Schrotflinte mitnehmen ja deswegen habe ich ja ne Schrotflinte dabei wir haben ja alle die selbe Quests aber ich füge feindlichen Schaden mit ja Centenarium dann hab ich dann mache ich die Kills mit der Winf jetzt ja und du machst die Shot tun weil ich habe jetzt keinen ehrlich gesagt will ich erstmal wieder reinkommen mit meiner Winnie ich will grad erstmal reinkommen da die ich überhaupt meine Hand ausgerüstet bekomme weil das so bescheuert einfach ist warte jetzt habe ich das ausgerüstet wie fühle ich das denn jetzt mit Equip naja habe ich gut wäre nützlich mit Equip wäre doch wenn du das mit Scheiße holst ja das ist ich kann ja nicht dasselbe mitnehmen was die Leute entwickelt haben bei dem Interface ich hasse das Interface warte wer ist dafür verantwortlich ich will ne Axt haben wo sind die Äxte irgendwo sind die bestimmt ich seh die ach da unten jo ok warte wie komme ich jetzt zurück ins Menü mit STRG war das ne so ok ähm ne Trio wäre nicht gut ich stell mal wieder auf du um ach ne schade aber noch hör freimes 128 möchte der Welt etwas unglaublich wichtiges mitteilen Tanki 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 hier ist keiner betrunk hier ist keiner betrunk hier ist keiner betrunk hier nüchtern machen alle peng peng also lasse Kopf nicht hängen wunderschön grim ist du kannst wirklich dichter werden und poet ja noch dichter nur Goethe war Dichter Ja, Aua passt. Aua passt. So, Witze. Wo habe ich meine Witze? Warum den Hühnereier? Was ist hier los? Keine Ahnung. Weil sie beim Werfen kaputt gehen. Warum geht ein Luftballon kaputt? Warum geht ein Luftballon kaputt? Aus Platzgründen. So. Hilf, hilf. Da ist keinem mehr zu helfen. So, erstmal wenn wir in die Hand reinkommen. Ich bin das Englisch heute, der Topps von Showdown. Mit dabei ist er noch im Mund. Hallo. Hallo. Hier steht unbedingt, ich soll E drücken für eine... Ach nein, sag nicht. Ich habe die Dinger noch offen. Du hast das Tutorial noch angehessen. Aber ich muss E drücken. Warte, ich drücke E. Uh. Sekunde. Ah, jetzt. Ah, jetzt, ja. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Ah, jetzt, ja. So. Jetzt geht's besser. Komm, äh. Ah, jetzt, ja. Ich habe mal recht geguckt, welche Quest ich sonst noch habe. Da ist noch, da ist noch so ein Dickie. Achso, wir haben ja gar nicht zwei Busse. Also haben wir schon, aber nicht anders. Jetzt mal wieder reinkommen hier. Ach, jetzt habe ich einen Ohrwurm von dieser scheiß Insel. Von der scheiß Insel habe ich Ohrwurm. Komm, Wangerooge. Wangerooge ist bei mir. Na gut, vielleicht mache ich dich nicht mit, äh. Ja, cool. Ich habe überhaupt nichts. Ich habe keinen Schlagring dabei. Ich habe einen Schlagring dabei. Also, weil hier nicht ist. Warte, komm her. Ja, dann mache ich mal wieder. Ja, bam. Bam. Bisschen ärzt man hier am Schlepptisch hier. Irgendwo ist da noch Morty. Ja, komm. Verbrügel dich, gibt drei Punkte. Das würde ich immer recht schaffen dann. Hä, sieht das Ding anders aus? Na, hallo. Ist einfach eine komische Brotbox. Ah, jetzt. Was ist das denn? Ach, Mann. Seine Munisorte ist das? Die seht das nicht. Außen. Jetzt Poisen, brauchst du nicht Poisen. Nein, ich brauche Ge- äh, Feuer. Ich brauche kein Poise, ich brauche Gift. Habe ich ein Ohrwurm und ich will den nicht. Ein Wurmohr? Nimmt der auf? Habe ich alles eingestellt? Sieht gut aus. Was ist denn hier? Ein Wurmohr. Ein Wurmohr. Ein Wurmohr. Äh, Vögel. Ah, jetzt weiß ich, welche Taste falsch ist. Ah, warte. Die Taste ist auch noch falsch. Hahaha. Hahaha. Warte. Äh, Aim Downside Input Vault. Toggle. Toggle. Nummer 9. Control. Toggle. Ja. Kommi. Da schaukeln welche. Ich die mal abschaukeln, oder? Ja, die hängen richtig ab da. Geil. Haben die Spaß? Danke schon. Oh, wie süß. Gucken wie die da hängen. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, jetzt schon wieder. Was denn? Ich weiß nicht, ob der... War das der Zombie, der hat dann eine Pistole? Nee. Hast du denn ein Zombie? Ich weiß nicht, ob ich angeschossen wurde. So. Irgendwas ist da oben. Irgendwas ist da oben. Da oben da heißt. Ich hab halt Schaden bekommen. Versuch mal hier rüber zu kommen. Auf jeden Fall war ja schon wer. Da liegt ne Dings rum, ne Heilung. Ja, ich hab auch was gerade... welche erschossen. Der Boss ist auch hier. Ja, ist aber weiß. Okay. Ich glaub ich kann den Boss wegsprengen. Cool, die Detektoren sind noch nicht geladen. Ja, warte. Ich... Ich spring erst mal... Ja, ich kann doch nichts mitnehmen. Ich muss erst mal die Halfter oben wegsprengen. Nein, musst du nicht. Hab ich doch schon. Alter, wo ist der Boss denn? So. Na gut. Warte, da unten war doch Hornung. Warte, ich nimmer. Komm sofort. Warte, ich hol mir eben kurz die Heilung hier unten, die liegt. Ah ja, tja. Keine Insel. Hallo. Hallo. Hier kann man rein. Hier ist ein Fenster. Ja. Nee. Die Tasten oben liegen. Hallo. Ich hoffe nicht, dass er... Ich hoffe nicht, dass er... Ich hoffe nicht, dass er Krach macht. Ich hoffe, dass er... dass er bumm macht. Ah, fahrrichtiger. Oh. Oh. Oha. Weg. Oha. Oh. Warte mal, ich gebe eine Leiter nach oben. Ähm. Hä? Nee. Man könnte theoretisch hier oben rein. Man könnte auch hier einfach runterspringen. Scheiße. Leg mal oben eine Falle hin. Wir brauchen ja richtig viele Fallen eigentlich hier unten. Ja, hier oben auch. Weil hier so viele, äh, Fenster sind, wo man reinhüpft. Ja, hier oben auch. Ich habe hier oben schon eine Falle am Fenster gemacht. Da hast du eine Falle hingemacht, lol. Ah, hier sind welche. Hier sind zwei, äh... Warte, sind zwei Gegner? Nein. Achso. Bärenfallen. Aber kommt man hier raus? Oh, hier kannst du auch noch raus. Ach, dein Scheißernst. Ja, aber hier liegen überall noch Bärenfallen rum. Ding ist so... Oh mein Gott, bin ich... Oh... Toll. Da ist ein Fenster in der Sorge. Warum haben wir alles dicht? Das habe ich ja super gemacht. Ja. Was steht denn hier? A down... A down... A down... A down... Ah, hier ist auch noch ein Dach. Da ist Püppi. Wait. Ah, Püppi! Hm? Wo kommt man denn da hin? Der Raumschau? Yeah, ja. Oh! 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 Ich würde die ganze Zeit Morty draußen rumlaufen. Uiuiui. War nix? Nö. Da komm mal rüber, gell. In die Mitte oder wie, oder? Achso, ja Mitte und generell so ein Dings. Ich hab noch keine Austauschspritze. Oh fuck. Na natürlich, ja. Wie viele Ziele muss ich noch? 13 Monster ist mit Neuerschaden. Ja. Stimmt, da steht das ja. Ich muss noch Consumables benutzen. 25, ja gut, aber da kommt er automatisch. Ich habe keine Ausdauer. Komm nicht hinterher. Ich habe einen Zettel. Oh Mann. Also ich muss das noch unbedingt. Das ist ein Box. Guck noch mal. Sehen jemanden? Der Matti hat sich geschüttelt. Wo ist denn jetzt das Fragezeichen? Also dieses... Ja, ich weiß nicht. Ich sehe es nicht auf der Map. Guck mal nach oben da. Hm, hm, hm. Ich habe zwei Wochen. Müssten die anderen Maps ja jetzt auch langsam kommen, dann, ne? Ja, wenn das Event da vorbei ist, oder nicht? Hm, eigentlich nicht. Eigentlich müsste das Event sein. Oh, hier ist noch eine Tür. Ich sehe es noch mal. Ja. Ja. Sicher unten. Ich guck mal eben. Okay, ich seh nix. Wo ist denn das Feuer, was immer da brennt? Ne, hier geht schon raus. Und da ist es ein weiter rund. Das kann doch nicht sein. Ich orientier mich immer nach dem Feuer. Ja, nur. Ich guck mal, ich guck mal unten ein. Hey, hier ist er doch noch nicht. Ja, dann muss das ein weiter sein. Ein weiter runter. Ja, ich bin ja ein weiter unten. Nein. Wenn du in die Mitte schaust, gibt's doch noch ne Höhle. Nee, das ist doch hier. Ist das nicht hier? Auf der Seite? Ich guck mal hier. Hier ist Feuer. Es ist hier bei mir. 500 Dollar. Aufpassen, die sind fallen. Weiß ich, Punkte. Lass es mal hier raus, weil da hinten so ein Fallen. Oh. Nämlich, dass wir da sterben, deswegen. Warte mal, heißt es geben noch Punkte. Ja, zwei. So, ich guck noch mal. Nee. Aber die sind noch die ganze Zeit da, ne? Ja. Ich geh auf. Was war denn noch, welche sind? Und? Ich seh die noch nicht. Also, können wir ihn auch ruhig an die Kutsche. Das, das hab ich schon. Full, Mittel, Wecket, Ammo. Wie viele Pokesekunden hast du noch? Die hauen doch ab. Die sind ja echt im Ausgang. Ich hab noch vier. Ist ja, aber auch nix. Kämpfen die gerade? Weil das hört sich so verteilt an. Ja, ich glaub, die stehen noch nicht so ganz drin. Ja, da fliegen Schüsse rüber. Ja, und da. Nee, es ist nur, ich seh nur einen da vor uns, hä? Wie kann das sein? Wir sind zwei, mindestens. Hier ist einer, hier ist noch ein. Da ist einer hinter? Irgendwo hier. Ja, da hinten so. Nein, da hinten ist gerade einer gelaufen. Okay. Aufpassend vor dir! Was heißt vor mir? Wow, Pfeil und Bogen. Ist tot? Ja. Aufpassen. Ja, die anderen sind noch weiter weg. Ich loot die mal eben und dann zünde ich die an, wenn du lootest. Warte, ich brauch noch. Warte mal eben ganz kurz. Warte mal eben ganz kurz. Die Pferde wie Jan. Ja, weil da zwei Teams halt sind. Weiß nicht, ob die hier Solo ist. Okay, ist ausgebrannt. Ja, die stehen auch im Ausgang drin, mit dem Bounty. Hier ist aber auch noch einer. Ja, direkt, direkt, direkt hier ist da einer. Hab sie? Ja. Ich versuche da noch hinzukommen. Oh Gott, das Pfeil. Jetzt pausiert. Ich hab verfehlt. Ich hab keine Muni mehr. Fuck. Oh, das ist ein Trait. Es ist keiner mehr da. Es ist einfach ein fucking Trait. Da kommt einfach bei der scheiß Armbrust. Oh, es war so geil. Ach nee. Ja, Pferde sind ruhig. Das ist doch verrückt. Wir wollen das machen, dass es weniger Traits gibt. Naja, klar. Ach, schade. Aber es war eine gute Runde. Oh, stimmt. Ach, kack. Und er hat seinen hellen Knüppel bei der Nacht. Und er hat seinen hellen Dübel bei der Nacht schon angezündet. Schon angezündet. Schon angezündet. Es wirft seinen Schein. Und damit... So. Und damit so kehren wir bei der Nacht ins Brauhaus ein. Ins Brauhaus ein. Oh. Siehst du noch, wie viele wir getötet haben? Ja, bestimmt irgendwo. Wenn du mir sagst, wo? Ach da. Vier, glaub ich. Wir haben insgesamt vier Tötungen. Du hast ein, ich hab drei. Okay, mit den eins und drei weiß ich nicht, wo man das sieht. Wenn du auf letzte Mission klickst und dann auf Statistik, dann steht da deine Tötungen, gesammelte Trophäen, Spielzeit, gesamte Tötungen und unterstützte Tötungen. Und deine Tötungen sind deine und gesamte Tötungen sind von der gesamten Gruppe. Sehr gut. Falls ihr gefunden habt, solltet ihr das gerne. Like, abonniere mich natürlich nicht vergessen. Ich vergesse mal, mein Interesse. Und dann wird einschalten. Tschüss. Tschüss. Warum lachst du denn so komisch? So, wir sind natürlich doch da. Wafir YouTube. Ich hab keine Ahnung, ich bin doch hier nicht durch. Ich hab grad Glück gehabt, dass ich hier auf Dark Attribute gefunden hab. Weekly Challenge. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier irgendwelche letzte Missionen sehe. Statistik. Kill this. Ich hab keine Ahnung. Play. Tutorial. Leave Party. Jo. Ja. Du weißt nicht, wo du das... Nö. Nicht im Ansatz. Du bist jetzt in der Lobby. Du bist in der Lobby, ja? Ja. Und dann hast du ja... Kannst du ja oben auf Escape drücken. Habe ich ja bei Escape gedrückt. So, und jetzt bist du ja bei, wo Statistik und generell steht. Dann gehst du auf den Reiter Statistik. Stor. Fortschritt hier. Statistik. Ja, bin ich. Dann schütter. Dann schütter. Dann hast du ja bei Statistik. Deine Tötungen. Gesammelte Trophäen. Siehst du das? Ja. Okay, warte. Ähm. Er ist egal. Ich frag dir. Ich will's gar nicht wissen. Ich bin ganz ehrlich. Ich möchte's nicht wissen. Weil da irgendwann ändern die das. Ich möchte mich da nicht dazu äußern. Ich möchte aber nicht an der Ohren das zu sagen. Okay, dann lass du das. Unter Play, Last Mission. Warte, unter Play. Unter Play? Da steht ja nicht... Ja, ich guck grad, wo das steht. Oder muss ich jetzt wieder zurück? Oh, warte. Ich komm rüber. Soul, Tutorial. Tutorial. Ach, da unten. Ach, da, Last Mission. Da steht das. Sag ich doch immer. Nein, du hast gesagt Statistik. Das Last Mission. Oder das ist auch Statistik. Ja, geht nicht. Warum geht das nicht? Ja, weiß ich nicht. Da kann ich drauf rundziehen. Aber das geht halt wieder nicht. Deswegen... Das geht halt alles nicht. Das ist halt alles... Lass ihn weiterspülen. Sonst dreh ich hier noch durch. Ja. Ist halt das Menü. Ja, dankeschön auf jeden Fall, Grimmis, noch mal für den Text. War sehr gut. Ins Brauhaus. Ja. Ach, ey. Ist das alles... Was ist denn jetzt schon wieder hier? Oh. Oh. Ich muss aber einen Hunter auswählen. So. Oh, ist das alles wild. So, warte. Es gibt Hunter, die sind gut dafür, ne? Für das Event. Und... Und das sind die... Ja. Der kriegt ein Like. Dich nehme ich. Irgendwie sieht die Person aus dem anderen aus. Ach so, da. Warte, ich glaube, den nimmst du sogar so mit. Ich glaube, ich will eine Mosin haben. Habe ich noch eine Mosin? Ich habe keine Mosin. Muss ich ja kaufen. Nee, ich habe ja... Ich habe ja noch knapp 96.000. Da kaufe ich doch nichts. Und ich habe so einen vollen Bauch. Mein Bauch ist so heftig stramm. Vom Trinken und so. Das ist unglaublich. Oh, yeah. Das Gefühl, ich habe so ein kleines Baby oder so. Oh. Was ist gerade mal die Glocke denn? Kann er sein, dass die Lebelle nicht mehr Lebelle heißt? Kann sein, ja. Klar. Dauert bei mir noch ein bisschen. Ich such die noch. Also, wenn ich Lebelle eingib, findet er nichts. Lebelle, doch, da, Lebelle. Ich hab doch gerade Le eingegeben. Wenn ich Lebelle eingib, findet er die nicht. Warum? Warum gibt's die Suche? Ach, ey, so. Oh. Ist mir auch scheißegal, wenn er denn kein Skin hat. Ich hab keinen Bock mehr in den Skin. Das ist alles gut. Ähm, warte. Irgendwo kann ich doch hier... Wie war denn das? Ach, da oben. Mein Loadout. Da haben wir's doch. Da-da-da-da-di. Brauchen wir irgendwann mit Blutung Schaden oder Feuer oder irgendwie sowas? Hunter anzünden? Hunter anzündert war doch, oder? Ähm, also... Was wir haben ist... Vergifte, feindliche Jäger. Ich stimmt. Und Monster anzünden. Aber Monster anzünden mach ich. Also, ich hab jetzt die... Ähm, ich hab die Silencer mit Feuer mit. Und die Winfield hab ich jetzt... Da hab ich jetzt, äh, Feuer... Äh, äh, Giftmunition reingetan. Ich spiel Romero, soll ich spielen? Warte mal noch. Okay, dann mieter einfach direkt noch Romero mit. Außer wann die Shotgun. Jaja. Ach so, Romero ist ja so... Genau, so ne kleine würde ich ja mitnehmen. Romero 77... Joa, ne, warte. Muss ja nix mit Feuer sein oder irgendwas. So, das ist das irgendwie das Menü. STG, das weiß ich zumindest, ob man da irgendwie gehen kann. Wow! Bin ich froh, wenn das raus... spelled. Verknaueranf passant. Ruf der Ruf der Räume, Pisよ. Wow!! Ich bin niemal. Kannst du wohnen zu? Es ist das Problem. Du wirst. Wirst? Woher, wie soll ich? Ich wollte ein Streamer auf dem Handy anmachen. So. 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 Schönes eingeschaltet. Hallo. Hallo. Warte. Fohinchen tun die... Ich hab da falsch geworfen, egal. Warte mal, haben wir den extra Boss? Ja. Okay, ich weiß noch nicht, wo. Oh, und warte mal, die Hive mit Feuer. Das zählt ja dann auch, ne? 300. 300. Okay, ist ja mitten in die... Mitten in den Spaß rein. In das Spaßgebiet. Einige Texturen brauchen echt lange zum Laden. Ist er bei dir manchmal auch? Ja. Sollte einige Texturen erstmal so matschig irgendwie aussehen? 255 ist irgendwie... Hä? Oh, hab ich mich erschrocken. Meine Güte. Warte. Ich hab... Mein Rollstuhl hat sich gerade bewegt. Und ich hab gedacht, ich werd von hinten angeschubst. Und ich hab mich erschrocken. Hey, ich bin doch alleine hier im Zimmer. Meine Güte. Oh je. Boah, ich... Ähm. Das Raden wollte ich jetzt. Das Raden haben. Ach so, stimmt, da war der Boss. Jo, alles klar. Ich hab so erschrocken. Gott. Wer ist denn jetzt hier bei mir im Zimmer? Jetzt wirst du durch ihn gehengeschoben. Ah. Oh je. Wollen wir zur Oro-Oro-Mine, oder? Von mir aus... Oh. Oh. Oh, 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 oh. Wieso hab ich rote Sandwich-Scheiben? Weil. Roter Käse. Stabiles Pferd. Ach Gott, ja, die Mine. Hab ich noch Erinnerungen, als ihr da oben gelegen habt und ich euch mit Stacheldraht holen wollte. Ich hab hier grad einen Hive gehört. Doch. Nicht auch Arben. Mann. Ja, hab ich mal gehört. Statt'n für Name. Genau dort war das. Statt'n für Name. Statt dann. Schau mal, schau mal ein Moneyboot dort. Ach, das ist links. Sollen wir da hin? Ja, wenn wir erst mal... Erstmal würde ich hier gern einen Notarzt mitnehmen. Okay, dann den Trade. Äh, den Trade, den Hinweis. Hast du den Hinweis mitgenommen? Ich bin unterwegs. Ja. Hier, ich destopiere. Wo hättest du? Zum Hinweis. Ach, zum Hinweis. Ach, es sind ja mehrere. Ich hab mich gefragt, ob du den... Ob du den Trade mitgenommen hast. Achso, den Trade habe ich. Ich hab hier irgendwo einen Klumpi, aber ich seh den nicht. Hä? Klumpi? Wollten wir jetzt nicht zu den Leuten hin? Ja, kann man machen. Ich wollte doch kurz, kurz Klumpi hier. Hey, ach, das Ding ist auch da unten, der Boss. Ist ja alles unten. Du, 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 du. Ja, schießt. ich habe irgendwas steigen gehört ja, ja, höre ich seid ihr da nicht hier oben ankommen? ich habe diese Maut ich weiß, sie ist nicht leise geworden und links kommt bei mir, glaube ich, dran hört auf zu schießen, ich höre da nix krass hä? die waren feind hier oben ja, klar, triffst du oh oh ich habe ein Problem ich habe ein dickes Problem bei mir ist halt einer irgendwo, ich weiß noch nie wo bei mir ja, bei dir oben auf dem Berg ist einer oh nein, ich bin dann falsch haben gestorben da sind zwei, die auf dich zukommen ja, sicher ja, sicher hey, da oben kommt noch jemand an ja, geh zu mir ja, ja, wo bist du denn? liegst du unten? in den berg ich liege genau da kurz wie lauten die lauten doch ein bisschen schneller Kollege hier hier kommt wer ja und hinter mir ja muss mal kurz hier rein hier 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 was not in this box yeah but hey i have these bugs yeah yeah no 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 Nein. Kriegt da nur noch Spaß. So, was brauchen wir denn eigentlich? Immer noch Spottie, Centennial, ja ich glaube ich nehme wieder Schottie mit. Schottie. Oh, ich glaube ich nehme die Slate. Der hat ja auch alles gelöscht. Die ganzen Skins, die ich ausgewählt habe, die ganzen Favoriten. Alles ausgewählt, was jemand gibt. Wow. Das hat echt zu. Sie haben die Vermögen gegeben. Das muss erstmal, als wir davon suchen. Aber liegt das vielleicht an Nvidia? Nö. Also warum sollten die das löschen? Keine Ahnung. Warum sollte das Handshodan machen? Weil die alle, weil die einen Patch ausgebaut haben. Bei mir ist das aber nicht so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist das auch wieder so ein Ding. Warum kann man das nicht online sprechen? Ich weiß es nicht, okay. So, welchen Skin mögen wir denn? Ich glaube, wir nehmen mal den. So, natürlich hast du die Waffe jetzt nicht genommen. Warte mal, Anta vergiften, ne? Warte, dann nehmen wir noch Poise mit. Warte mal, Anta vergiften, Monster mit Feuer, Located, okay, Romero, Anta zum Bluten bringen. Oh, sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Oh, es ist ja. Bitte, man schütte ihn nicht. Ah, jetzt. So, jetzt weiß ich, was auch fehlt, das Licht ist ja gar nicht. Ah, ich hab mich auch ein bisschen heller beleuchtet. Irgendwann ist es anders. Stimmt, ich würde das nicht gehen. So. Hallo. Hallo. Schön, dass wir eingeschaltet haben. Hallo. 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 So, nicht trinken vergessen. Trinken nicht vergessen. So warm ist das ja gar nicht mehr. Das ist aber richtig, trinken generell nicht vergessen. Zum Glück ist es aber nicht mehr so warm. Du kriegst doch langsam kalte Füße. Jetzt ist das hier viel zu hell. Warte mal. Jetzt will ich das hier wieder ausmachen. Ich bin immer noch viel zu hell. Lass mal einfach so. Da brennt wer. Wie viel aus? Hallo. Kennst du dich eigentlich schon auf der Map aus? Nö. Sehr gut. Sehr gut. Ich auch nicht. Ich hab nicht mal ne Ahnung wo ich gerade bin. Aber hier ist Nachschub. Oh mein Gott. Leute noch nicht. Noch nicht. Oh man. Achso. Ich muss doch mit den Feuer killen. Achso. Ja, sorry. Machste gleich. Hab ich nicht dran gedacht. Ach. Ich dachte, ich dachte du wolltest jetzt nicht die Monika verschwinden. Du musst die auch mit Feuer killen. Ja, hab ich nicht dran gedacht. Wie gesagt. Wieso? Achso. Mach. 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 Machst du gleich. Machst du gleich. Ich bin halt froh, wenn ich irgendwann... Wie geht's denn jetzt hin? Ach, wir haben den Hinweis schon geholt. Joah. Gehen wir hin? Wart mal eben kurz. Ich bin nämlich froh, wenn wir irgendwann irgendwann ne andere Pistole mitnehmen können. Oh, lass... Lass so nem Gasdings. Ich glaub da... Ich glaub das sind zwei. Oh. Das ist Wasserspaß. Ah, da ist ein Pimmelding. Äh, warum sag ich's? Was, die Pimmelfische? Ja. Ich versteh immer noch nicht, warum man Pimmelfische sagt. Oder einige, aber... Ja, ich versteh gar ja schon. Ich sag mal Wasserspaß. Weil die überhaupt keinen Spaß im Wasser machen. Auch generell nicht. Ah, da ist eine Kuh. Mächtig am Muhen. Eine Kuh macht Mu. Und ein Pferd. Okay. Und dann gehen Hunde ab auf 90. Wieso hab ich hier Sandwich-Scheiben? Meine Güte. Wie ist das? Ich glaub die sind abgehauen. Ja. Oh Gott. Doppelhalvhälfte. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. der ist auch tot. Warte, Mumpitz. Nee. Hä? Ach, der Solo, das wieder aufgestanden hat. Der legt gerade seine nicht vorne in Waffen noch. Riese Gammler. Riese Gammler. Hast du eigentlich auch so Probleme mit den Texturen? Manchmal laden die ein bisschen nach, aber nicht so schlimm. Okay, das ist richtig hart. Bei mir haben die Leute manchmal gar keine Waffen in Hand. Okay, nee, das hab ich nicht. Warte, wir haben einen Kill? Haben wir den doch gekillt? Ist der Arsch doch wieder aufgestanden. Jetzt sieht das Bild wieder so dunkel aus. Ich glaube, es ist ja unbedingt. Ich muss noch mal im Weißablauf gucken. Ähm, Hunter. attractions match naturell. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich glaube, ich nehme eine Drilling mit. Die hat ja beides drin. Machen wir das so. Warte mal, geht eigentlich Hand am Brust mit Gift auch? Ich stuttert. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass irgendeine Armbust auf jeden Fall Gift konnte. Ja, die Handarmbrust, die habe ich bald. Aber ich weiß nicht, ob die halt dazu zählt. Naja, probieren wir mal aus. Was meinst du? Ja, für Handarmbrust zu vergiften. Hat war die Aufgabe, oder? Wo ist ein Enemy Hunters? Das ist einfach nur ein Waffe-Gift. Ja, das steht nicht mit welcher Waffe. Ah ja, okay. Ja, gut, das stimmt. Ja, dann. Oh, warte mal, nee. Sekunde, ich habe noch keine Dingspunkte ausgegeben. Äh, Necro... In the twilight of the hunt, where the end draws me in. Die last stand of the hunters, in the face of fear. With their backs to the wall, their intentions clear. In the last stand of the hunters, there is all this year. The last stand of the hunters, a testament to their might. In the darkness of the bayou, they make their final fight. With every breath, they claim the night. The last stand of the hunters, in the fading light. Against the tide, they stand as one. Underneath the setting sun. Their time to die, they stand as one. So. Auf ein neues. Auf ein neues, mit dem alten. 155 Meter. Gar keine Meter. Nee. Da ist ne Hive. Da brennt ne Hive. Na, was drin? Tü, 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 tü. Tü, 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 tü. Ähm, ja, gehen wir runter nach East Mountain. Ja, wollen wir nicht nach Monteiro, weil, dann können wir die, die Kutsche auch mitnehmen. Oh, Kufen ist, oh Gott, ist mich runtergefallen. Oh, Kufen ist, oh Gott, ist mir hier runtergefallen. Das ist ganz schön nah. Weiß ich nicht, ich suche halt immer noch. Doch, das ist sehr nah. Du bist auf 270, du hörst doch die Schüsse. Ja. Oh Gott. Das ist hier am Gaswerk. Das stimmt. Hallo. Hallo. Da sind alle Kopf geplatzt. Oh, wir müssen einfach nur den Boss umhauen. Wir müssen den letzten Schuss drauf machen, dann kriegen wir das. Die haben den schon. Aufpassen, die sind vor uns. Ja. Aufpassen, der ist direkt vor dir. Ja, links sind wir Gebäude. Die hauen aber ab. Was kommt da eigentlich auf uns zu? Ja, die wollen zu dem Boss. Ja, die rennen runter zum Boss. Die sind im Wasser. Oh ja, ich sehe sie da hinten. Oh, Marcel. Ich. Was denn? Die wissen so dafür kommen. Die haben uns doch gerade schon gesehen. Dafür waren wir gerade schon zu nah dran, wo die Sicht bekommen haben. Oh, jetzt bleiben die auf mich nicht in den Bäumen, ich dingst, äh, weil, man soll nicht so gut kämpfen, wenn wir von hier aus. Immer ein bisschen von der Seite rum. Na, die bleiben. Wir sind da natürlich ganz oben und nehmen jetzt den besten Blick auf mich, oh Gott. Einer hat einen Hit. Einer hat einen Hit da oben. Ja, ist nach rechts weggerannt. Nach rechts, meine ich. Ich muss mich eben um Hunde kümmern. Ja, ich komme mit rüber. Alles gut, ich habe Feuer. Ja, ich wollte ein bisschen umlaufen, die. Aufpacken, wir sind jetzt gleich. Oh, anderer Schuss. Ja, von hier. 180. Oh mein Gott. Falt ich erstmal. Titans. Ja. Ist tot. Waben sind da hinten gerade hochgeflogen. Was heißt da hinten? Ich glaube da in die Richtung. Wo ist die? Ach, die liegt hier, ne? Da. Ja. Schuss auf mich von hinten, von wo wir gekommen sind. Ich muss eben mal Pirke generieren. Gegenüber kommen welche. Oh Gott. Ja, lass uns. Geh mal kurz in die Höhle rein. Wow. Hä? Hast du was geschossen? Nein, das ist der andere, der Partner. Der muss doch recht neben mir. Der ist recht neben mir. Okay, 68 Meter. Okay, als ich in die Höhle geholt. Warte, pst. Schön. Warren, wenn die Höhle geholt. Schüsse sich. Ja. Dra usojis. Van der Höhle. Ich scherцу. Irgendeiner hat von rechts auch auf mich geschossen, ne? Du musst dich ganz schnell irgendwo verstecken, du bist zwischen dem Gefecht. Ich weiß. Du siehst ja auch mal irgendwo, dann zündet er mein Mann. Bei mir sind die. Okay. Hast du dort? Ja, natürlich. Ja, weiß ich ja nicht, hätte er ein Gegner sein können. Oh Gott. 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 Was ist denn sonst noch bei... Okay, die anderen Bounties? Ach, die rennen gerade nach unten hin raus. Scheiße. Kommen wir nicht hinterher, ne? Egal. Nee. Die sind dafür schon leider zu weit. Ja, das ist nicht die, die ich vorhin gekillt hab. Den Trade nicht haben, was für die Leichen sehen. Weil hier sind mindestens... Hier liegt noch eine, die kannst du nur looten. Weil das ist halt die, die auf hunderten. Ich hab die, glaub ich, schon gelootet, oder? Ach so, weiß doch nicht. Ach nee, hab ich noch nicht. Da wirst du sagen, geh mal in die Mitte, oder? Ja. Nice, nice. Aber der hat mir richtig leid getan. Ich hab dir einen richtig heftigen Headshot gegeben. Und die ist noch gelaufen. Oh Gott. Ich hab auch nicht damit gegessen, dass ich einen Headshot verpasse, aber... Ja. Ja, also hier muss irgendwo... Hier in dem Compound... ... ist noch wer erschossen worden. Oh. Was sind's? Ich geb ich denn halt null aus. Ich auch nicht. Hm. Hm. Naja, egal. Lass uns einfach hier... Ach, hier sind wir... Ach ja, hier ist noch die eine Geimtür. Ja. Ja, warte, ich komme. Wir müssen aber nochmal eine weiter in die andere gehen. Ja, ja, ich weiß. Hast du eine Ausdauer drin? Jetzt. Okay. Da hab ich dir einige gegeben. Danke. Nicht da hinrennen, oh Mann. Was? Du bist doch noch langlaufen. Du rennst aber auch immer hin, wo ich... Du rennst auch genau... Du wirst auch genau da hin, wo wir langlaufen müssen. Ja. Ja. Genau. Fleder, Meuser. Okay, ich hab kurz. Okay, ich hab kurz. Ich war nachher, ich habe schon wieder nur eine Kasse. 2,50. Ja. Ich hab 500. Hab ich dir auch extra drin gelassen. Das ist sehr nett. Ich weiß. Wer braucht denn so einen Scheiß? Niemand. Ja dann. Ja dann. Ja dann. Gehen wir runter nach Preston. Ja dann. Gehen wir runter nach Preston. Preston? Ich sagte, wir gehen ja jetzt zum... zum Maschinen-Georg raus. Wo? Der Maschinen-Georg raus. Der Maschinen-Georg rechts. Da ist kein Ausgang. Da ist kein Ausgang. Doch, da ist ein Ausgang. Da ist ein Ausgang. Ach, ich war zu sehr am Reinzoomen. Dann lassen sie aber nochmal da, ähm... nochmal unten zur Kutsche um... wenigstens die Trades. Oder wollen wir die nächste Runde dann holen? So. Ja, können wir eben da hinlaufen. Hab noch 6 Minuten Ausdauer. Nyaaau. Ach, wir haben endlich die Viecher mit Feuerschaden gekillt. Ich muss mal wieder ein Ausdauerspritzen mitnehmen. So schön schnell. Oh ne, kannst du. Nein! Ich hab meine Punkte ausgegeben. Ich muss nur 30. Jaaa. Genau. 1.675. Ja, und ich gönn dir 30 Punkte. Weil ich so nett bin. Super. Cool. Hahaha! Willst du nicht? Warst du schon mal in der Kutsche? Ach nee, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Jetzt ist die hier vorbei. Da renn ich so. Wo ist die hier hin? Ich kann nichts mehr widmen. Hast du Antigift drin? Nee. Okay. Halschen ausgelaufen. Mh. Muss sie gerade halten. Da läuft es halt nicht aus. Mh. 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 Wir haben ja schon diese... Mh. Dann weiß man... Der wird zwar wieder gut. Hm. Hey, was ist das denn? Dieses... Was haben die denn hier eigentlich für... Was ist denn das? Was haben die denn hier für ein Wasser gelöscht? Gelöscht hier. Oh, da hinten ist ein Met... Äh, hier ein Metty. Warte mal. Da gibt es ein Trade. Metbrötchen. Metbrötchen gibt es da hinten. Pack Mule. Pack Mule habe ich schon. Ich nicht. Ich hab... Achso. Ich hab auch schon Pack Mule. Ich bin vergiftet. Ja, hier war ich doch gar nicht gewesen in dem Wasser. Wie cool ist das denn? Cool. Ja. 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 Mein Gott. Kann ich mir zielen. Mh. Achso. Bist du schon im Ausgang? Ja. Ja, gut. Ich komm sofort. Und zwei Punkte gut. Okay. 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 Was schmeißt du da eigentlich alles rum? Was soll ich noch so haben? Die Natur ist doch noch gar nicht so verbraucht. Warte noch 120 Jahre. Warte noch 120 Jahre. Klappe ist ja ... Der ist ja. So. Vier Kills. Schön. Wie viel Kohle hat er gebracht? Vier Kills machen 1800 Dollar. 50. 50 Monster machen auch 1.800 Dollar? Okay. First Bounty, 109 Dollar. Krass. Äh, warte, kann ich noch mal in der Body werfen? Ich kann noch mal in der Body werfen. Hm? Ja. War cool. Hab mich gefreut, dass ich da was reingeworfen hab. Was hab ich bekommen? Nichts. Ja, schön. Falls dir das nicht gefallen haben sollte, lass gerne ein Like, Abo und ein Glöckchen, dann schau dir nicht. Vergesst mal, um die 13 Minuten schon, wenn es schon ist. Tschüss. Tschüss. Wir sind natürlich noch da. Waffe, ihr Typ. So, 19 Punkte haben wir üblich. Nehmen wir das mit. Was denn, wo man doppelt Geld bekommt? War das doch auch, ne? Uh. Ich nimm mal, ich nimm mal Witness mit. Warum? Da kann ich dir, da kann ich sehen, wo die Hunter liegen. Ach ja, Mist. Ja, brauchst du ja nicht. Ich hab das ja schon. Na gut, oder ne? Deswegen brauchst du ja, aber Missen muss ja nicht doppelt. Kann man gleich damit ändern, halt. So. Sieht doch gut aus. Tat, 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 tat. Achso, warte mal. Eine Halsspritze, wenn ich vielleicht... Hm. Wo sind das die Großen? Wo sind die Kleinen? Ach, da. Ja. Kann ich davon irgendwas hier lassen? Nächste Lied hier. Ah, ich glaube, wir machen das nächste Mal wieder andere Liedern. So. Ich gucke mal schnell, was zu trinken. Bis gleich. Bis gleich. Brauchst du auch noch irgendwas? Nö. Ich gucke mal. Ich gucke mal. Musik 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 so haben wir dunkel und dünkli es ist ein schalte taps am show mit dabei sind am unend und scheint hallo warte ich muss mal eben kurz eine sache Oh Gott, wo stelle ich das denn jetzt hier um? Da. Ich bin ein Kaninchen. Ich bist doch Kaninchen. Da. Ja. Genickbruch und so? Geil. Der Boss ist hier. Der Boss ist hier. Ja, warte ich hole den Hinweis. Der Boss ist hier. Ich hab drei Minuten Ausdauer. Ich hab Gift bei. Ich hab nur kein Anti-Gift bei. Warte, ich kann dir den Gift einhüllen. Hallo. Ja, mach das mal. Ja, soll das mal einen Spaß jetzt haben? Du, 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 du. Bum, 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 bum. Hallo. Du kannst es tun. I've seen the moon. Aua. Spielt der ja Feuermeier wieder? Feuerball, Junge. Das ist ja echt so. Es brinnt das hier auch. Batsche. Oh, oh, oh. Hm? Scheißest zu essen. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh Gott. Ich verstehe gerade nichts. Was ist da? Okay. Der schreibt mich das so an. Hallo. Wo sind sie? So. Jetzt müssen wir noch gucken, darf er Pfeilen aufbauen, aber das hätte ich nicht ins Gift laufen. Wollen wir nicht open? wir sind auch ein verlass für den ofen ich finde sonst keine bären fallen ich hab noch eine bärenfalle warte wo ist denn diese große tür da habe ich da habe ich schon dings gemacht wenn du willst kannst du oben am fenster eine machen weil da gibt es zwei eingänge nach unten wenn du hoch gehst und dann oben am fenster da kannst du runter springen oder mit der leiter mein gott was du das brennt vielleicht ich habe nur gesehen da oben ist ein loch da kommen wir noch etwas rauswerfen deswegen muss ich mal ausprobieren vielleicht doch was was die dicks tun so groß aus ja draußen sind welche ich habe nur nicht jetzt genau gesehen wo mein gott diese blüten also ich guck mal ja eine so auf 60 und andere auf 15 30 auf 60 oh mein gott was hier gibt es doch noch einen anderen geheimen gang ich noch einen ja what toll der steigt hier draußen rum kann sein dass er durch den durch den kamin will ja wollte wollte durch den kamin ich glaube der andere ist auch noch der andere ist da ja er wirft ja klar geht halt geht halt geht halt durch allem durch was ist denn mit der hive naja der steht hinten auf 15 0,15 sag mal wo stehen die hive bist du noch da ja ja ich bin nur konzentrierend ok ne ja das hört auf guck mal ob er den wieder holen will alles gut ich hab den ach so ok ja warte wirft da mal warte hin nichts getroffen der ist ja immer noch 45 was soll ich denn aus dem winkel denn ich sehe der ist direkt hier wenn man schlacher da noch sind drauf kannst du machen oh mein gott was bist du rausgegangen ja weil ich dachte der wäre unten aber der ist nach oben geklettert jetzt brenne ich oh gott siehst du da ja wow ja ja ist gut oh da kommen mit noch anderen wenn du gleich wieder stehst komme ich mit raus ok scheiße alles gut ich bin schon fertig geheilt wo ist der da hinten ja denkt an hinter uns kommen auch noch welche an der rennt da hinten was heißt hinter uns als ich dich aufgehoben hab in die richtung ungefähr da hab ich noch zwei punkte gesehen data ja das machst du die hive weg komm ach toll oh diese hive ja die ist weg sorry alles gut das war nicht böse gemeint ja ist gut du schießt mit auf die hive und ich hab die jetzt gar nicht gesehen weil der eine typ der hat nur die ganze Zeit immer auf uns geschossen hat ich weiß noch nicht wo der ist macht der ist jetzt irgendwo weg aufpasst es gibt diesen einen blöden ding da unten wo man durchlaufen kann da ja ja irgendwas auf 120 höre ich sind bestimmt die neuen ein ich habe ja ich ich nicht Oh, ich zünd' ja mal nochmal. Ich hab den nicht gelooten. Ich auch nicht. Kommen wir jetzt auch nicht dran, weil der ganze Teil da drauf liegt. Ah, siehster kommt da näher. Wo ist der? Der ist hier irgendwo. Wir suchen in der Zwischenzeit schon mal ne neue Facke. Oh, hab ne Facke. Gehenüber auf dem Felsen ist er wieder. Habt ihr einen ordentlichen Schuss abbekommen mit der Schotti? Ja, der ist auf 30. Unten. Okay. Der brennt nicht mehr ne? Dann wollen wir doch mal wieder... Warte, wo ist er denn? Boah. Soll der nicht wieder brennen. Soll der nicht wieder brennen. Naja. Ich seh ihn bei mir grad auch nicht mehr. Brennt der nicht? Oder ist der ausgebohnt? Jetzt brennt er. Ja, ich glaub er ist er ausgebohnt. Ach. Hast du noch ne Sicht? Ne, schon lange nicht mehr. Ich hör ihn den ganzen Tag rennen. Ich muss mal, ich muss mal wieder Marvin mitnehmen. Hinter uns. Hinter uns? Hinter uns? Ja. Da. Wo blinken denn die Fenster? Das ist super nervig. Die blinken im Fenster? Ja, die kannst du ja ausmachen. Die hab ich normalerweise auch aus, aber da hat er ja alles nicht gespeichert. Ich weiß noch nicht mehr wo. Von Rechtskomfort an. Hab ihn zweimal getroffen. Okay. Einmal meine ich, mit Gift. Hier ist wer? Ja, ich komm hoch. Ich weiß nicht, ob's oben oder unten ist. Ne, kann ich auch mal auf'n Dach. Oh mein Gott. Ja, irgendwo. Oh mein Gott. Wo? Hä? Bitte einmal kurz davor. Danke. Wir öffnen jetzt was rein? Mal weiter. Danke. 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 So, und immer wieder herkommen. Ich pass mal auf, dass die hier nicht runter durchkommen. Wie ich vernünftig durchgucken kann. Ich hör die doch dahinter. Danke. 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 Das war'n Tread. Ja, der war da unten. Alles gut. Kannst du mich auch gut tun. Oh. Wow. Jetzt gibt es nur die Heilung aus. Oh, hier kann es einfach rauslaufen. Deswegen habe ich doch gesagt, das ist eine fiese Ecke. Ich habe da unten noch einen Keller. Deswegen achte ich hier drauf die ganze Zeit. Okay, ich habe 50 HP. Komm her. Ja, ist gut. Behalt das mal. Ich gucke mal, ob ich Heilung finde irgendwo im Raum. Haben wir einen Muni? Hm. Okay, war schlecht. Wie viele Verbände hast du noch? Ein. Okay. Mann, lauf doch nicht weg. Was? Achso. Na, bald. Okay, danke. So, hast du noch Ausdauer? Nee, ich habe gar nichts. Okay. Lass uns mal ra... Meinst du, wir schaffen es, Richtung Null rauszugehen? Ich weiß nicht, wo die sind. Ich auch nicht. Ja. Gut. Da sind die. Schafft man wohl nicht. Oh. Schafft man da raus. Mann, das ist auch echt bescheuert hier. Ja, jetzt warten wir mal, bis die reinkommen. 20 Minuten. In der Zeit stelle ich ein, dass die Fenster nicht mehr blinken. Ach, da. Wie kann man das einstellen? Unter Hut und dann ganz unten Highlight. Viele werfen was. Ja, ist nur Feuer. Ganz unten? Bei Hut und ganz unten. Da steht da irgendwas mit Objekt-Highlights und irgendwie sowas. Und dann willst du hier Fenster und Türen nicht. Hier ist die Tür aufgegangen vorne. Wir haben die Tür aufgesprengt. Ich bin bei Hut, aber... Und dann ganz unten. Markierte Interaktion. Ja, genau das. Okay. Ach, also bitte nicht einen Headshot gebe. Die Vogelscheuche lebt wieder. Vogelscheuche hat... Äh, Headshot selber schön. Vogelscheuche kommt näher. Ein Sander, die jetzt hier reinkommen. Fenster ist ja auf. Ja. Bei mir. Nein! Ja, genau. Scheiße. Warum kippt der denn nicht um von der Corti? Okay. The Hunters prayer Whisper of the wind Through the trees and signs Carrying seeds Under the starlit sky Hunters In the heart of the bayou Where the truth never lies Whisper of the wind Where the darkness flies As the dawn breaks And the night's charm And the whisper of the wind It's messages send To those who listen to the light Monster haben wir Yous Dinger haben wir Central haben wir fertig Schotti Ich hab jetzt den coolen Skin Für die Ähm Zentenarium Wo hast du den? Durch das Event Ich hab noch gar nicht geguckt Was es überhaupt noch da gibt Kann nur was in den Bottich werfen Aber wahrscheinlich sehe ich Versuch'n ist ja nicht Was ich bekommen So Romero Jetzt sind wir noch mehr rum mit die ich hier nehmen wollte aber die die hat die wir nicht ausgerüstet die Mhm. Hab ich mal wieder eine Ausdauer mit. Machen wir denn die Ausdauer-Dinger. Eine kleine, eine große. Ach komm, nehmen wir mal eine große. Hast du alle Punkte ausgegeben? Wie Punkte? Oder hast du keine Punkte? Drei. Ja, ich glaub, das schmeiß ich raus. Boah, den Skin, den musst du gleich mal ingame angucken, der ist echt hübsch. Was? Wo denn? Battle Pass? Welchen hast du denn bekommen? Von der, wie bist du denn im Battle Pass? Äh... 15. Die 1865-Karabiner? Ja? Nein. Die Zentenarium. So. Bei 13 die. Die mit dem Holz oder so. Mir wurde jetzt erst nur angezeigt, dass ich... Ja. Ja, nicht schlecht. Aber... Du musst doch nicht mal ein Echt angeschauen, oder das sieht bestimmt richtig cool aus. So, warte mal. Ich kann aber den Bottich werfen. Äh... Bottich... Hm. Ja. War bestimmt cool gewesen, was ich bekommen hab. Haunters of the night. Until the break of day. In dem Bottich. Ab in dem Bottich. Vierdorf. Ja. Genre. Ja. 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 Ja, ja. Fanta-Schmanter. Auf V konnte man sich die Waffen genauer angucken oder X? I. Nee, Z. Mit I. Für Inspekt. Geil, ich hab da mal hinten so ein Wopper dran geklebt. Warte, ich guck auch noch mal. Hm, die lachen nur dreimal im Dreck. Geil. Hallo. Ja, mit Sonnenlicht ist das bestimmt noch richtig hübsch, wenn das auf das Goldene am Holzen so glitzert. Oh. Cool. Bei mir hängen an der Spritze fliegen. Ich bin das eingeschaltet. Ich hab da einen Showdown mit dabei. Ist noch Moon und vielleicht auch der Jet. Hallo. Hallo. Guck doch mal kurz meine Waffe an. Ich guck deine Waffe an. Alles klar. Ja. Geil. Sieht echt schön aus, so blau im Dunkeln. Ich kann nicht großartig was erkennen, aber sieht bestimmt schön aus. Oh mein. Er ist doch dunkel. Und dann leuchtet es auch noch blau. Das ist so, als wenn ich das sag, guck mir, guck dir mal meine Waffe an. Da oben leuchtet. Cool, ich bin ja gar nicht durchgelaufen. Wo geht's denn hin? Ah, die Birne. Guten Tag. Ging nach Kingfisher. Kingfisher. Da ist der Fischer King. Bei Kingfisher. Der macht aber auch ein Terz. Okay. Ich dachte, da wäre eine Half gewesen. Achso. Einen. Ging nach Kingfisher. Na 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 na. Na 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 na. Kingfisher. Na na. La 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 la. La 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 la. und herz wo gehen wir hin? Achso warte mal, hier ist wieder der Einladung Scheiße Ich weiß nicht, ob gegen Null irgendwas auf Metallgerilla gerannt ist Hä? Oder war das der Zombie? Weiß ich nicht, ich höre so ein komisches Geräusch Was ist das? Eine Hive? Hast du eine Hive gekillt? Nein Ich hab grad ein Hive schreien gehört Dann ist ja noch jemand Oder war das der Zombie, der so komisch geschrien hat so Hm Hier sind wir nur Zombies Ja, wir lassen uns dann langsam mal weiter Nach Presten? Ja, ordentlich, ordentlich Presten Natürlich treff ich jetzt die Hive nicht Da sind noch Scheißpunkte Ja, dann möcht ich sie nicht Diese roten Preston Ab in den Preston Der Sonne hinterher Ey, oh was geht Der Dunkelheit hinterher Ja Dem Headshot hinterher Irgendwas Hm Da war irgendwas ganz komisches Ich weiß nicht Ich weiß nicht, ob da irgendwas gelaufen ist Aber Das war echt komisch So ein Licht Also als Als irgendwas Großes da gelaufen Oder irgendein Licht Komisch geschehen Oh ja Der Boss ist da Ja Ich wusste, siehst du? Ja, ich nehme mal schnell den Hinweis Oh Ja, läuft da draußen Ist hier links Ja Oben auf dem Dach Metall Ja, wird oben auf dem Dach sein Dach 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 Ja, wir sind nein was ist nein doch ich habe ihn er ist da oben okay aber es sind noch mehr von links in was wird hier unten am an den roch da kann doch nicht wahr sein danke wow die stehen oben am zaun habsi okay er ist weiß es weiß ja schön ich habe keine ahnung wo die mich da am anfang gesehen beim ersten treffer die gehörten zusammen die beiden oder ich denke mal schon der eine ist nicht wieder aufgestanden ich zünde die trotzdem mal an damit kein anderer die looten kann weil die kann ja immer noch jeder looten na hier liegt auch noch jemand hochschuldigung gott hast du jetzt mal den toten entschuldigt nach dem wasser sehen aufgestoßen ach so habe ich gehört okay ich wusste nicht ob er das gehört hat und so ich habe jetzt nicht drauf geachtet oder steht der kleine unten mhm 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 Den habe ich gerade. Und er? Das ist so. Okay. Äh, ne ganze Fensterfront, hier ist ein Aufzug, den fahr ich mal nach oben, wenn ich irgendwo ein Dings find. Okay, man kann wohl noch irgendwie nach oben. Oder? Wie kann ich den Aufzug... Ja doch, man kann irgendwie nach oben. Wie kann ich den Aufzug gerufen? Das ist oben. Oh, hier kannst du von hier, hier kannst du auch reinspringen. Hier oben. Kannst auch eine Falle machen, wenn du willst. Ja, jetzt muss ich hier unten auch noch. Aber hier ist noch eine Falle. So, warte, da oben. Ja, die können einfach von oben runterspringen. Da fährst du mit dem Aufzug hoch. So. Mehr Fallen hab ich aber nicht. Na gut. Nimmst du keine mehr mit? Ich hab schon lange keine mehr mehr bei, weil ich hab immer da zum Löschen bei, dann hab ich die zum Anzünden bei und der Rest ist halt Schlagkriegen und Dings. Deswegen hab ich aber gar keinen Platz mehr für die Fallen. Oh, das ist aber auch interessant zu wissen. Was ist das da? Ach, das ist hier. Ah. Hinten, hinten Öldings. Ja, da sind, also von hier kommt man da hin, also. Naja. Ja, ich muss auch erstmal auf die ganzen Maps klarkommen. Einigen verwechsel ich auch immer. Ja, ich muss auch mal, ich muss auch mal hier hinweisen. Ich muss auch mal hier hinweisen. Oh, ja. Ich muss auch mal hier hinweisen. Vielen Dank. Hallo. Hallo. Das ist ein Scheiß. Und? Vielleicht zu viel? Uiuiui. Können wir erst nach oben? Können wir eigentlich in die Mitte. Na ja, und dann nach oben. Mitte hoch. Mio. Oder waren wir erst hoch zu den Leuten? Kommen wir gleich, gucken, ob die sich befinden. Wir haben halt den Boss schon, ne? Ja. Ja, gleich fertig. Hast du denn noch Ausdauer? Wow. Vor uns. Freistück. Oh mein Gott. Hat ein Hit? Oh ja, ich bute. Der Buttungsmonie. Sind zwei Leute? Ich muss mich heilen. Deine Buttungsmonie und... Der Typ ist da. Ja, ja, ich weiß. Den sehe ich nur ganz selten. Andere ist irgendwo links. Den sehe ich halt noch nicht. Hat ein Hit, der links? Fuck. Wir sind beide da drüben auf der Insel. War ein Tod? Ich muss mich heilen. Da wird der eine gleich instant wiederholen. Der ist bei denen genau. Hab ihn. Schön. Du hast schon vier Stück jetzt. Sehr gut. Wo waren die jetzt sogar? Ich weiß es nicht. Scheiße, ich habe die Sicht mit dem ja nicht mehr. Warte, hier liegt eine Waffe. Ja, ich habe einfach nur irgendwelche Köpfe gesehen und geschossen. Ja, das ist nicht. Ja, hier kann man den ausrauben. Ich sehe den immer noch nicht. Ach doch, da. Ja, das ist ja anders. So, wo liegt der andere jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wo ist denn der? Ich habe einfach nur irgendwelche Köpfe gesehen und den einen Kopf habe ich auch nur keine Ahnung wie gesehen. Ach, da liegt da mal. Ja, klar. Ja, klar. Ich habe einfach nur so einen Kopf. Womit hast du denn geschossen? Der Wind fiel. Na klar. Was ist denn? Ja, sicher. Ich liebe die Waffe. Ich gucke mal, ich komme direkt direkt. Ja, direkt. Bam, ja. Nimm mit, Junge. Ja, ich auch. Aber dann habe ich mich halt gewehrt. Du schlägst die anderen. Die anderen rennen schon raus. Ja gut, dann können wir halt in die Mitte gehen. Ja. Vielleicht finden wir ja zwischendurch noch Metti, weil ich habe noch zum Sprengen. Das tut mir schon ein bisschen leid. Tut mir schon echt leid. Gut, dass ich nichts treffe. Ja, ich weiß. Danke. Als er das Wasser gerade so laut hatte, ich dachte, hier kommt jemand angerannt und angesprindelt. Yeah. Ich bin auch dabei. Das ist doch gut. Tschüss. Ist da keine Munition? Ach doch, da. Ach, da ging aber. Stimmt, die ist ja so gehalbierend. Ich weiß noch nicht, ob das, äh, ob das halt wirklich so passiert. Aber... Was ist das denn? Siehst du die Reflektion? Die macht doch gar keinen Sinn. Was ist das? Was reflektiert da? Was soll das sein? Ich glaube, die Lampe reflektiert da hinten. Ich glaube, es ist die Lampe. Kommt, Kinder, Threadracing muss rein. Ja, was mit dem Watt ist? Also ich weiß noch nicht genau, ob das so ist, aber ich werde demnächst wieder öfters vorzustreamen. Und vielleicht kommen auch öfters Hunstreams. Mal gucken. Okay. Dann sehen wir wieder auch mal Solo-Runden-Spiel. Ich bin verspannt. Warum gibt es eigentlich keine zwei Kutsch-Kassen? Ja, warum gibt es nur 250? Ja. Hast du auch nur 250? Ja. Ja, plus 250. Naja, egal, dann. Toll. Hier gibt es ja gar nichts mehr. Dann gehen wir ja weiter. Dann gehen wir dann nach unten wieder raus, oder nach oben? Hm. Weiß ich nicht. Gibt es da noch einen geheimen Raum? Wenn wir an einem vorbeikommen. Ich weiß aber gerade echt nicht, wo die sonst sind. Ich auch nicht. Deswegen dachte ich... Ich dachte schon, ey, du rennst jetzt einfach die Kasse vorbei. Ich hab die nicht gesehen. Ich bin nicht early. Du erschnüffelst die doch. Ich bin nicht early. Ja, du bist richtig early. Early Adopter. Weiß ich nicht. Wir können ja mal gucken... ... Wir können schon noch was sehen und dann können wir einfach rausrennen. Na gut. Wir können uns... Und dann? Nyaaah 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 Ja, Ausdauer. Ach Gott, das ist ein Zombie, okay. Ich musste gerade die Sicht benutzen, weil jemand so schnell hinterher uns gerannt ist. Ich wusste, ob das ein Zombie ist oder sonst was. Ach Mist, wir haben die Sicht ja gar nicht, ob hier noch was Totes rumliegt. Den Trait müssen wir uns erst mal noch holen. Ja, stimmt. Deswegen wolltest du hier hin. Wieso? Nö. Ja, eigentlich wollte ich wegen der Kutsche nullen. Ach so. Ja, jetzt ist der Dicke da. Jetzt wurde ich da weggesprungen. Warte, weg da. Weg da. Oh, ach so. Doch, Marcel. Ich wusste ja nicht, dass du auf den Ski was werfen willst. Ich setz. Ich hab noch was. Ah, lauf. Ich bin vergiftet. Oh mein Gott, da ist ein roter Tread. Ah, ich hab kein... Rampage. Wutanfall. Rampage. Wutanfall. Rampage. Wutanfall. Wutanfall. Rampage. Sieß. Rampage. Rampage. Uwe. Oh, oh, oh. Wutanfall. Wutanfall. Oh, oh, oh. Hast du dir aber auch alle weggemacht. Alle. Vier Stück. Alle, Mann. Zum Ballermann. Alter, diese Kuh, ne? Meine Fresse, wie die aussieht. Die Arme. Sieht ja echt übel aus. Echte. Schämen Sie sich, wie sie aussehen. Sie tote Kuh. Bu. Bu. Gehen Sie weg. Huhe. Huhe. Lump. Lump. Dies. Ein Lump, der deinen Namen... So. Vier Hunter hast du. Yay. Yay. First Bone, die Extraction. Ach ne, 700, 186 Dollar. 1800, die Hunter. 1990, die Zombies. 300 noch gefunden. Okay, fürs rauskommen, gibt's gar nichts. Frech. Ich hab ja nur fast 98.000. Toll, wie soll ich denn hier Geld zusammenbekommen? Naja. Falls ihr gefallen habt, solltet ihr das gerne, like, abonnieren, natürlich nicht vergessen. Morgen 13, 2, 1, schauen und wieder einschalten. Tschüss. Tschüss. Ist er natürlich noch da. War für YouTube. Ich kann schon wieder mal den Bottich werfen und nicht wissen, was ich bekomme. Nice. Super. Aber die Quest ist eigentlich fertig. Bestimmt nicht, ne? Romero, habe ich sieben Schaden gemacht von 750. Mhm. Oh, gut. Zweihalspritzen. Weißt du, dann nehmen wir noch eine mit. Und zwar so eine kleine. Und dann... Ja, auf jeden Fall noch hier... Oh, ich nehm noch Marvin mit. Boah, das wär so... Ich nehm noch Marvin mit. Das wär so lustig, wenn man an der Mar... An dem... An der Marvin. Nee, wenn man da an der Marvin noch reinklebt, Günther. Weißt du, wenn du da doch so eine Uhr dranhängen könntest, so an der Marvin, da fliegt da rum. Und dann hat der jetzt auch so eine... So eine Uhr an sich rum. Wie an den Waffen. Das wär schon lustig. Der hatte gar nicht, dass es so schräg lag, aber fliegt. Das hat schwer. Der quillt sich da rum. Boah, das wär lustig, wenn man da noch in dem redet und man könnte über Marvin reden. Da fliegst du zu den Leuten, da willst du wissen, wie spät dann ist. Für dich ist das Stündchen geschlagen. Das wär schon lustig. Das wär schon ein Puller. So. Ein Unterschied zwischen dem. Wer ist ein Unterschied zwischen dem? Guck mir das mal aus. Achso, warte mal. Ich hab noch Punkte zu verteilen. Wie hab ich denn? 25. Hast du Sicht bei... Was heißt Sicht? Ja, von den Toten? Ja. Habe ich. Okay, dann bräuch ich ja nicht. Dann war das noch. Dann haben wir hier noch 15 Punkte. Ja, nehmen wir das. Oder 6 Punkte. Dann nehmen wir... Warte, wo ist denn das hier? Was ist denn der Unterschied zwischen dem und dem? Ich hab keine Ahnung, was dem und dem ist. Es ist der... Es gibt einmal den Grotes... Es gibt zwei Groteske. Einmal der Gemetzel und einmal der Stichwaffe. Und beide sehen gleich aus. Ich hab keine Ahnung. Inwiefern sollten die unterschiedlich sein? Das sind halt zwei Skins, die du dir von 900 Handdollar kaufst. Und deswegen sollte... Achso. Wow. Der eine hat einen Rock. Nee. Der eine hat noch so ein Leder-Dings unten. Und der andere nicht. Das sind Zwillinge. Inwiefern. Dankeschön für deinen Wait. Dankeschön. Wie geht's? Wie steht's? Dankeschön. Hallo, die Tränen. Was habt ihr denn Schönes gemacht? Hunter, haben wir gespielt? The Hunter Call of the Wild. Nice. Wie geht's? Wie geht's? Ja, wir spielen momentan noch Hunt. Event läuft noch. Neue Map ist da. Neue Engine, alles. Und, ähm... Genau. Da geht's gerade draußen richtig ab. Ist da draußen Feuerwehr? Irgendwie schon, ne? Hier, Feuerwehr. Gut, und selbst. Ja, auch sehr gut. Heute schon schön kühl gewesen. Schön abgekühlt gegenüber gestern. Achso, warte mal. Ich muss ja hier ein Knöpfchen drücken. Ich wollte gerade sagen, bist du fertig? Ich bin schon lange fertig. Ich bin fertig geboren. Mit den Nerven? Ja. Dazu sowieso. Sehr gut. In Nepal? Ist das ein neues DLC? Nepal? Weiß ich gar nicht. Oder gab's Nepal schon länger? Ich hab das auf jeden Fall auch. Ich hab das auch schon mal gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, ob er überhaupt Nepal gab. Habt ihr denn was Schönes gefangen? Was ist denn da? Was läuft denn da so rum? Was läuft denn durch Nepal? Was jagt man denn da? Elefanken? Was ist denn da? Nepal. 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 Achso, warte. Da kannst du an dir so machen. Nee. Nepal. Ich weiß, ich bin lustig. Nein. So. Auf Feuer wegsehen. Ich weiß aber gar nicht, warum Feuer weg ist. Das ist ganz weit hinten. Nehmen wir schon. Feuer weg. Ist hübsch. Wir sind eingeschaltet. Hab's von Schorl und mit dabei sind noch Moon und Tretalo. Hallo. So. Ja, East Mountain. Es gibt Wasserbüffel im Juni, gab's dat? Jack und bengalischer Tiger. Hä? Wasserschmüffel. Wasserschmüffel. Ich weiß gar nicht mehr, was von den Bepfi damals gespielt hatten. Ich weiß das nicht mehr. Ist auch schön, wenn es Spaß macht. Deswegen. Ist auch cool, dass es immer noch DLCs dafür gibt. So. Das dann, weil sie sehen schon Funkeln. Funkel, Funkel, kleiner Stern. Bei mir ist irgendwo ein Hive. Bam. 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 Hab ich hier eigentlich Anti-Gedünst drin? Ah ja, hab ich. Der Boss ist hier. Der Boss ist da. Der ist ja wunderbar. Der Boss ist da. Da war das so ein Ball. Feuer, was? Feuer. Also wort man stimmt, ich hab ich auch Ball. Aua. Ja, ich merk schon. Spinni. Noch weiß. Spinni. Spinni? Die ist sauer. Da bist du Spinni. Da ist noch weiß. So, wir brauchen Fällen. Hier oben sind ganz viele. Ich hab eine hier. Ich muss mal gucken, wo man überhaupt reinkommt und wo rauskommt. Oh, nee, warte mal. Wo willst du denn hier hin? Hä, wie sollst du jetzt hin? Oh, hier geht's nach draußen. Gut, machen wir das da nicht. Das brauchen wir nicht hier, ne? Hallo, ich seh die Fällen nicht jetzt. Wissen Sie, da oben sind Fällen. Ich bin da. Ich bin da. Wo ist denn jetzt die Falle hin? Weiß ich nicht, hab ich hier nicht. Ist das jetzt durch den Boden gebackt oder wie? Hä? Wo bist du da? Hä? Wo ist denn jetzt? Wo bist du? Wie kommt man da hin, wo du bist? Ja, ich bin oben. Du bist nicht oben, du bist unten. Ja. Von oben bin ich aber da hingekommen. So. Hä, wo ist denn jetzt hier diese Falle? Ich hab die gerade noch hier in der Hand und jetzt ist die weg. Weiß ich nicht, ich hab hier eine Axt. Nee, was ist das? Wo ist denn die Hand, Dolla? Da. Keine Ahnung, wo ist die Falle hin ist. Da fährt sich einfach durch den Boden gebaut. Passiert. Das Problem ist aber, das wird die halt brauchen. Ja. Oh mein Gott. Vor allem dort. Mist, ich hab da jetzt einen Fall hingesetzt. Wahrscheinlich kommt schon runter, so wird da keiner vorbei. Da aufpassen. Ja, ich weiß sowieso noch nicht. Ich kenn mich hier nicht aus. Hier geht's hoch. Hallo. Oh, hier kann's auch wieder runter. Ich geh jetzt noch höher. Hast du gerade eine Falle von mir ausgelöst? Nein. Ich bin oben am Dach. Wer hat eine Falle ausgelöst? Ich nicht. Ich bin oben am Dach. Ich hol gerade einen Aufzug hoch. Ich dachte, du wärst da gewesen. Nein. Ich auch nicht. Dann ist da vielleicht einer reingekommen. Ich weiß noch nicht, wo die Fallen sind. Ich glaub, da heizt sich gerade auch jemand. Ist da nicht so... Ach, das... Ist da ein Zombie. Ne, hier ist die Falle ausgelöst. Da war ich nicht gewesen. Warte mal, ich flieg mal mit Marvin hin. Marvin! Hä? Wie ist die denn ausgelöst? Ich weiß das nicht. Ich kann mal gucken. Marvin! Ja. Da ist ein Zombie. Da ist ein Zombie. Und da ist ein Zombie. Sicher jetzt erst mal. Marvin hat ein eingeschränktes Sichtfeld. Da hat rechts so ein Ding zu schwarze Balken. Ist das normal? Schon immer. Echt? Ist mir noch nie aufgefallen. Hier ist niemand. Okay, ich hab keine Ahnung. Vielleicht hat ein Zombie dann ausgelöst. Hier wird jetzt aber was Totes angezeigt, aber... Er wird ein Zombie sein. Ja, dann ist noch ein Zombie reingelaufen, wenn hier was Totes liegt. Ja, dann runter nach Split. Äh, da hinten wird... Da hinten ist, äh, wie heißt es hier? Bündungsfeuer. Geh, Büller! Alter, draußen ist auch Gebüller, ey. Ja, draußen gehe ich die Feuerwerke. Sagt mal eben kurz... Ich guck mal, ich guck mal eben ganz kurz mal mehr. Geh, mit Rollo hoch bringt nix, das sehe ich nicht. Jetzt ist es auch, glaube ich, zu Ende. Ja, genau. Ist halt genauso wie ein Hand. Die schießen die ganze Zeit, wenn der Hand kommt, ist es vorbei. Ist halt immer so. Drei Stück vor uns. Was heißt vor uns? Welche Richtung? Auf 210, 215... Äh, 255. Okay. Die sind irgendwo hier im Maisfeld oder so. Es sind drei. Oh. Die? Ja. Ja, da hinten ist irgendwo ein Mündungsfeuer. Ja, das sind, glaube ich, vier. Ja, renn vor mir. Nein. Der andere ist da hin. Als ob. Liegt da eigentlich im Gebüsch drin. Eigentlich, da werden wir einfach ein Headshot gegeben. Pass auf. Ja, die anderen sind ein bisschen weiter weg auf 255, 240 da oben. Der andere ist da irgendwo hinter. Es sind noch zwei Stück. Ja, einer ist 270 und der andere ist 225. Wer wirft Kappers? Ich hole mal noch mal eine Sekunde. Bei mir hier? Ja, rechts neben mir auch. Oder liegt noch einer tot? Die sind da unten auf 270. Hauen die gerade ab? Ja, dann hast du schnell die anderen looten. Dann haben wir Sekunden wieder. Na, ich weiß nicht, so richtig abhauen. Weiß ich nicht, aber ich loote den jetzt erstmal hier. Warte, wo liegen denn hier die alle? Du hast doch die extra Sicht, oder? Ach ja. Ja. Ja, sie müssen bei dir aufpassen. Die sind bei dir, Senna. Wo liegt denn der andere? Hier. Ja, da unten sind immer noch 2,40. Ja. Oh. Da ist einer im Gewüsch. Hat ein Hit. Du musst den nochmal für mich markieren. Ich weiß, der ist in dem Moment gerannt. Ich habe gar nicht, wo der gerannt ist. Einer ist unten auf 2,70. Der andere ist 3,30. Nee. Da unten. Da unten. Oh mein Gott. What? Der ist hier irgendwo. Oh mein Gott. Mann. Ja klar. Musst du nicht jetzt her, du Ficker. Ja. Oh Gott. Ich spiele nur noch die Waffen, wo ich Bock habe. Und ich muss mir das Spiel wieder vorschreiben. Kein bisschen Arsch lecken. Wenn 100 Dollar... Wie hat denn da von der verpackten Ansicht gerade gehabt? 150. Verpackte Ansicht? Wobei sie immer verpackt. Ja, ich hatte gerade eine verpackte Ansicht. Weil mir leuchtet manchmal so ein bisschen iller zwischendurch. Dr. Vigo und Gatorlegs. Zwei Dinge. Dann gibt's ja auch noch mal zwei. Da habe ich vier. Dann kann ich Nekromaten. Das ganze Interface hier komplett verpackt. Wo ist denn das? Wir sollen mal neu starten. Oh, die 1865 Karabiner habe ich bekommen. Dann nehmen wir die auch mal mit. Gucken, was die kommen. Und mit jedem Schritt, wir machen unsere Mark. In the dark waters. Where the night is stark. The leeches slither silently. Through the swampy tide. We hunt with deadly precision. Where the nightmares hide. The hellhounds prowl so fiercely. In the misty air. Hard to stand united. Oh, eine Falle könnte ich jetzt mal mitnehmen. Warte mal. Ich muss dann jetzt meine Waffe holen. So. Ich habe noch 26 Konstantiner-Trip-Mind. Wo die Nacht ist stark. Wo die Nacht ist stark. Kann ich mal mitnehmen. Ach, jetzt hat er die wieder nie ausgerüstet. Ah. Wo ist sie jetzt schon wieder hin? Oh mein Gott. Was ist denn das hier? Was denn? Spiel. Spiel. Sieh immer noch komisch aus? Ja. Ah, ja, ja, ja. Oh Gott. Oh. Wann da zum Bluten bringen? Monster Melee. Oh. Monster Melee. Ja, gut. Da ist er machbar. Oh, irgendwie das bei mir auch aussieht. Kannst du das denn bedienen? Ja. Aber es sieht einfach wild aus. Oh. 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 Das ist... Ich würde mich auch nicht anders erwarten. Oh satt. Weiß ich nicht, ey. Das da ist Overlay über Overlay über Overlay. Also... Ja, ein paar Overlays schadet ja nicht. Stellst du das gerade beim Browser her? Hallo. Wo ist die Musik? Mhm. Ich überlege, ob ich mir mal Essen noch von später hole. Du hast nur das hier, ne? Du hast nur die Brün. Du hast nur die Brün. Du hast nur das? Uh. Und? Ja. 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 Was lockten loaded in the night we stop the deadly shadows need the pirmal light in the we find our way the haunts tonight till the break of day with every heartbeat we all our ground in the moonlit we're the lost are bound So. Ja. Was ist das denn? Was ist was? Okay, schön das eingeschaltet, habts dann einen Shoutout mit dabei und ist noch ein Monat. Hallo. Hallo. Ich habe gerade geguckt, ich habe die eine neue Waffe dabei, das wieder die Waffe gerade nachgeladen hat. Der hat hinten irgendwie das ganze Munitionsding aus dem Ding raus geschrobt. Geschrobt? Richtig rausgeschrobt hat er da. Abgeschrobt hat er. So warte, ist der Fenster hier offen. Ach jetzt. Ah, natürlich Komm Hallo Warte Wieso, der andere Hinweis ist auch hier Echt? Oh Ja, ist halt schön an dem Ding Geht's gar nicht rein Hallo Wie komm ich hier in den Bums rein? Was machst du da? Hier hatte ich die Uhr drin und hier ist gar nichts drin So, Kingficher Äh, schreibt mir die Hälfte um und ich seh die nicht, ist egal Kingficher Aufpassen, Pferd Nein, ich hab Angst vor Pferden, aber Ich möchte keine Pferde Das sieht jedes Mal alles neu aus, wenn ich hier lang renne Kenn ich alles nie Ach, hier sind wir Da ist ein Mordteam Okay Martin Oh ne Wenn du eine Heilung siehst Du, ne Also, ja So, der Boss ist hier Na Ach, Heilung Ich brauch Heilung Hallo, haben sie Heilung? Ich hab nichts für den Boss Ich habe nichts für ihn Ausf Workers Und Ich fico Da rennt er mir jetzt hinterher. Fallen haben sie rausgepitcht. Da gibt es Nachschub. Ja. Hallo. Genau aus der Uhr. Alter. Ich brenne. Ist rot. Die kommt bei mir auch ran. Wow. Dann komm hier raus, zu mir. Wow. Komm mal, ich dachte, da kommt der Taschenlampe an. Das ist ein Zombie. Der ist aber bei mir. Sollst du zu mir kommen? Ja, ich guck grad, ob die mich pushen kommen. Ich komm. Ich komm. Ja. Wir sind hier. Ja. Deine Mutter. Ja. Oh mein Gott. Oh Gott. Ah. Ah. Ja. Du brennst. Ja. Danke. Ja. 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 Da läuft doch hier oben drüber einer. Ja, wenn du umgebracht hattest vorher. Ja. Ja. Der ist runtergesprungen. Nee, der ist nicht runtergesprungen, hätte ich ja gehört. Doch, der ist runtergesprungen. Okay. Da kam jetzt noch ein paar Menü dann. Da haben sie bei mir rausgepatscht, wie alles andere auch. Ja. Ja. Ah. Einen Hunter hattest du. Ich hab keine Ahnung wann. Hast du den nicht gekriegt? Ich? Ich hab keine Ahnung. Oh, ich krieg die ganze Zeit Sachen, ja. Ne, ich. Jetzt krieg ich alles. Okay. Jetzt krieg ich 140 im Blatt bei uns auf einmal. Cool. Ich dachte, dass wir das Spiel wieder in den Beta-Status versetzen mussten. Versteh ich nicht, aber nein, die werden schon den Grund haben. So, we move. Das find ich aber jetzt echt ein bisschen hart. Fand ich auch, aber wenn sie meinen, dann müssen sie machen. Also Beta-Status find ich jetzt nicht. Naja. Texturn laden nicht vernünftig. Die Waffen sind irgendwie nicht da komplett. Und keine Ahnung. So. Nehmen wir denn mit. Oh, eigentlich wenn... Ne, warte mal. Was hat der? Was hat der für Trades? Ich hab 10 Punkte übrig. Ist das ein Unterhebel-Ding? Lever-Action. Oh, Moment. Funktioniert der vielleicht mit Leveling? Das wäre alles. Warte mal. Lever. 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 Oh, er ist mal richtig in das Nier. Gemütlich. 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 So, auf Wiedersehen. Sehr gut. Dann wird morgen... Morgen wieder Sonne. Dann gibt's morgen ein heißes Wetter, wollte ich auch schon sagen. Ja. Na. Guck mal hier, siehst du, wie die Waffe nachlädt? Schön, dass ich eingeschaltet habe. So ein Showdown mit dabei. Ja, sind wir in der Mund. Hallo. Hallo. Sieht ja wild aus mit der Waffe. Ja? Alter. Alter, die Kuh ist auch noch wild. Mal gucken, was die Waffe so kann. Ich würde die gerne mal unterhebeln, ausprobieren. die unterhebeln können. Ja, komm, gib dir Kuh noch ein paar mit. Der Boss ist hier. Oh, nice. Dann kann ich unterhebeln ausprobieren. Da habe ich einen Grund zu schießen. Wo ist der Hinweis? Ist der bei dir? Nee, wo ist der? Guck gerade, wo ich da hinkomme. Das brauchen wir auch nicht mehr. Ja. Ich war gerade bei dem. Bei wem? Dem Hinweis. Ja, du bist ja, du bist ja beim Boss reingegangen. Nein, bin ich nicht. Naja, ich war es nicht. Ich war draußen vor der Tür. Ich war draußen im Matsch. Also, musst du es ja gewesen sein. Ich war auf dem Dach. Ja, ja, aber du warst beim Boss drin. Ich bin hier auf dem Dach. Also, ich war es hundertprozentig nicht. Ich war draußen. Guck mal, wo ich war. Ich war hier. Ja, aber du bist ja beim Boss reingegangen. Nein, ich bin draußen am Dach gewesen. Okay, dann war es die dritte Person, die es war. Wieso kann der Ding kein Level? Den habe ich doch mitgenommen. Guck, ich zeige dir, wo ich war. Der ist eh gerade sauer. Hier drauf war ich. Ja. Und dann plötzlich war der Boss schon fertig. Hä? Ja, und ich war draußen auf dem Feld. Also. Ja, dann sag ich ja, das Spiel ist in der Beta-Status. Marceo, wow. Also. Ich weiß ja nicht, warum wir das gemacht haben, aber wird ja irgendwo runter. Also, ich war hier draußen. Also, ich weiß nicht, ich finde das jetzt nicht so schlimm. Es gibt schlimmere Spiele. Ja, aber die haben es absichtlich wieder kaputt gemacht, so. Ich denke nicht, dass wir das jetzt absichtlich gemacht haben. Na, das lief ja. Es ist jetzt eine neue Engine raufgekommen. Oh. Gibt denn doch Zeit. Das ist nicht mal zwei Wochen. Jetzt holen die ab. Was ist der denn? Ach, da ist er. Lol, der wirft die Patronen da so rein. Hä? Er ist rot. Fuck. Ja, dann sollten wir mal hier raus. Ja, die kommen außen? Ja, klar. Siehst du die? Irgendwo ist einer hier und einer... Und einer ist da unten drin. Einer brennt. Nein! Ich habe verfehlt. Ja, sicher. Fäß? Okay, gut. Die fällt um und dann fahre ich um? Oh, komm. Sind beide tot? Ja. Schön. Der liegt genau in dir. Ist aber immer noch rot. Fuck. Ah, es sind neue Leute gekommen. Warte, ich muss nachladen und mich halten. Looten. Ja, ich... Achso, ich wollte auf der Seite gehen. Hä? Wow! Da oben! Ja, Moment. Was? Hast du ne... Ne. Ja, sicher. Brennst du wenig... Warte, ich muss mal kurz gucken. Ja, okay, ein Viertel. Hä? Wo kam... Hä? No, das fällt dir auch rum. Was? 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 Was geht denn da? Okay, es kam noch ein Team. Oh Mann. Was? Oh Mann. Was? Oh Mann. Ich muss mich... Oh Mann. Zwei Hand-Ergo dran übereinander. 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 Das ist ja auch schon längst zu Ende. Ich weiß, aber genau in dem Moment, wo ich das hochmaß und weg. Ja, das ist natürlich blöd. Ach, das ist dann doch mit deinem Essen was zu riechen. Irgendwie kommt der gerade so ein Essensgeruch an. Oder? Weiß ich nicht. Ich habe es schon aufgegessen. Ja. Ist ja schon in meinem Magen. Hä? Der riecht gerade irgendwie so nach... Irgendwie so was deftiges zu essen. Ich weiß gar nicht, gar nicht. Ich weiß gar nicht, gar nicht. Ich weiß nicht. Oh, so wäre ja. Guten Tag Hallo Guck mal, jetzt kannst du die auch im Licht sehen So warte, ich hab den Skin jetzt auch Oder? Ist das der Skin? Schön, dass du eingeschaltet hast Hallo Hallo Nee, du hast den nicht, guck Hä? Aber ich hab den neuesten noch genommen Das sieht komplett verpixelt bei mir aus Ich kann das nicht sagen, das sieht aus wie Matsche Bei mir sieht die Textur nicht da Sieht cool aus, glaub ich Bisschen Gold, glaub ich, ist da dran Und irgendwas Matschiges Ich hab keine Ahnung, irgendwie lätert nicht Na gut Oder warte mal Jetzt am Rücken bei dir? Naja, ist auch noch matschig Ich hab keine Ahnung Ich hab doch alles hochgestellt Warte, ich guck nochmal kurz Keine Ahnung Ich hab alles aufholt Keine Ahnung Hier rüber Ist der Boss wieder hier? Nee, diesmal nicht Aber wir können rüber zur Gas Station Und das sind aber die Zweien, weise Ich glaub aus der Richtung kam auch das Gebrüll vom Boss Ja stimmt, den haben wir auch noch Weil dann? Nee, der Boss kommt woanders her Ach so Dann lass Gaswerk Beim Gaswerk wird er ordentlich geboomst Weiße, ich hab vergessen meine Trails aus Meine Trails mitzunehmen Naja Das sieht doch komisch aus Die Ich hab mich auch schon gewundert Ist das Licht? Oder was ist das? Nee, das sind irgendwelche Hä? Ich glaub das soll in welchen sein Das sind aus wie Pixel einfach nur Wenn du die von da mal anguckst Hä? Was ist das? Das soll so Wasserströmungen Sicher? Meinst du nicht, dass da irgendwelche so Lichtstrahlen aus dem Dings versandt? Okay Das ist aber auch neu Den hab ich doch noch nie gesehen Musst du aufpassen Der Boss wird hier gemacht Na klar Hallo Texturen Texturen? Ich muss das Spiel immer neu starten Kommt die Textur nicht hin Was? Da draußen ist jemand Ja Ich weiß halt noch nicht Wo die sonst noch raus Irgendwie um Melkau rum Ich hab keine Ahnung Wie ist die Tür offen? Irgendjemand blutet da drin Ich weiß noch nie wo Hä? Äh Fuck Da ist einer Was? Oh da ist ein scheiß Fass gewesen Nee Oh mein Gott Ist am Bluten? Oh 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 mein Gott Kann man von hier aus gar nicht sehen Sind wir noch am Bluten? Hey wir haben bald die Quest für dich Die Schüttere ist im Melkau Ja warte ich guck mal ob ich hier irgendwie Was ist das denn? Da steht sie Sind wir noch am Bluten? Wow hinter mir Ich in dem Moment leckt hat Ach komm Ah da lebt noch einer Ja Ja Danke Die eine lebt immer noch Die man beim Bluten ist Kann ich nicht treffen Ach Schön Ähm Aber leben da nicht noch die Leute drinnen die Gebäne schaum? Wo sind die dort? Ja Ich weiß es nicht Ich muss jetzt mal Heilung drücken Moment Schön Das sind Zwillinge Ja die eine hat immer wieder geblutet Waren das nur die beiden? Hier ist ein Zombie Da liegt noch einer What? Der ist aber ausgebrannt Einer ist ganz weit weg Auf 285 Die haben die Bärenfalle umgeklebt Hä? Was ist das denn? Hä? Was ist das? Keine Ahnung Auf 285 ist einer Äh ok 285 Warte wir sind da oben Die sind da unten Ist ja alles wild Ich will enden Lassen sie einfach rausgehen und resetten Ja hinten auf 225 kommt Waren Hast du eine Ausdauerspritze? Ne Ok dann nehme ich auch nicht meine Doch nimm die ruhig Ne 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 alles gut Ist ja nicht mal so weit Ich glaube ich schlafe da trotzdem noch einmal neu Weil das so komisch Die Textur manchmal aussehen Ich komme dir denn da eh auch? Und dabei will ich nicht meine Ausdauerspritzen Ich bin alt Ich bin alt Da ist sicher doch nimmern mehr Da bist du Oh, ich seh dich, da. Ich seh auch niemanden mehr. Hm. Äh, hä? Warum ist er ausgelaufen? Ich weiß es nicht. Hä? Was war das denn? Hä? Oh no. Was ist denn? Okay. Ich seh immer noch niemanden. Hä? Warum war das einfach weg? Ich weiß es nicht. Ich komm lieber mal zu dir. Hm, immer noch niemand. So. Was? Warum? Dann hat mir auch jetzt so, Herr, warum gehen wir kommen, wenn ich raus brauche? Ich sag mal vor einer Sekunde, blub weg. So, hä? was? Was? Es geht? Ja. Wie viel haben wir denn? Zwei Tötungen insgesamt. 900 Hidolia, 280 geben die Monster? Achso stimmt, ich wollte einmal das Game, glaube ich, noch starten und gucken, ob da irgendetwas bringt. Wart mal. Ich guck nochmal eben kurz, das hat alles, vielleicht, vielleicht, vielleicht muss man, weiß nicht, wenn man die Grafike nachher einmal umgestellt hat, dann werden wir das Game wieder starten. Ich musste ja alles von neu einstellen. Naja, wir haben schon mal die Sicht, Mensch. Ja. So. So. Aber während du eben, äh, wie heißt das hier? Neustarte. Neustarte, jetzt gehe ich mal kurz auf Toilette. Bis gleich. Das scheint grad auch schon wieder Synchronisierung nicht möglich. Ja, wenn halt jetzt wieder alles versettet ist. Mal gucken. Ich bin mal gespannt. und. Sieht schon mal gut aus. Weil er sich. Zumindest was ich kann mal zeigen, sieht man das schon? Zumindest war das vorhin irgendwie so ein ganz kleines Fenster hier oben in Ecke und war irgendwie 1000, 1024 mal 678. Wo ich denk so, okay, ich muss noch mal suchen, wo mein Dät jetzt hier einfällt. Sieht schon mal besser aus. So. Rüstig schon mal ein Hunter aus in der Zeit. Ah, stimmt. Ich wollte ja so mal eine Sache gucken. Äh, weinem hat Crosshair was nicht, Kompass nicht, Equip, Objektstatus, Indikator, Indikator. Indikator. Ach so. Ich muss auch dran klicken, wo kann ich es sagen. Ich setze dann alles mal so ein bisschen von denen runter. Zumindest auch da wohl mal der Name eingebunden. Ich hoffe, dass ich erst mal dabei war. So ein bisschen ja nochmal gucken. So, kann man schon mal ein Hunter ausrüsten. Jetzt ist das hier oben auch wieder schöner, ne? Das war vorhin alles so zusammengeknüppelt hier oben. Da war das Interface mir auch so ein bisschen kaputt. So. Blutungs-Ammo. Oh, ab und zu Blutungs-Ammo. Wart mal. Quest. Was haben wir da? Wir haben... Müssen die Gegner noch bluten? Äh, nee. Das haben wir fertig. Romero 77. Ja, das mache ich, glaube ich, als nächstes. Kann ich dann kombinieren mit der Shotgun zusammen? Boah. 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 Das läuft ja nicht weg. Das Schöne ist ja, die Quest, wie es aussieht, nimmt man ja über die Wochen hinweg immer mit. Bedeutet, wenn man irgendwann mal die Shotgun spielt, dann hat man die Quest irgendwann fertig. Ich habe das ja erfüllen. So. Nehme ich dann trotzdem Blutungsschaden mit? Ich glaube nicht. Ich möchte... Nicht. Nehme mal normale Muni mit. Ähm... Warte mal mitnehmen. Ist noch mal eine kleine Spritze. Ja. Und ganz wichtig, äh, den habt ihr bald wiederholen. So. 23 Pünktchen haben wir übrig. Sind die noch sortiert? Natürlich nicht. Ne, warte. Wieso? Shit. Okay, warte. Filter Optionen. Nach Preis sortieren. Danke. Ähm. So. Necro-Pack-Mule. Level-Wing will ich auf jeden Fall haben. Stimmt. Nehmen wir Level noch mit. Was war das? Conduit. Haben wir noch drei Pünktchen übrig. Oh, machen wir das so. In the morning light. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich, ähm, gleich den einen Tread auch wieder mitnehme. So, Battle Pass Story. Was haben wir denn da? Eine Story? Ach, die kann man sich anhören, warte. Chapter 2. Achso, so wie bei den anderen Dingen. Da sieht man halt nur ein bisschen anders aus. Okay, die sind noch nicht freigeschaltet. Details. Generell der Battle Pass. Für 1.800 gibt es 15 Level. Oh, das ist dann nix. Aber die freie Schaltöne. Dynamit Bundle. Stimmt, es gibt ja jetzt auch die neuen, neuen, hier, ähm, Steel Bolzen. Die habe ich noch gar nicht ausprobiert. Oh, die spielt aber auch so selten irgendwie Armbrust oder sowas. Stimmt, ich habe auch die neue Armbrust noch gar nicht probiert. Okay, ist aber cool aus. Ja, nee. Infantry? 73 L-Sniper. Ja, dann gibt es auch so. Da freue ich mich auch drauf auf die, auf die, auf die, auf die Bären fallen. Level 27. Mal gucken. Da haben wir Bären fallen auch so mitten im Köln ist nice. Ein Skin für die Nitro. Ja, gut. Ja, gut. Martini Henry hat, kriegt Hochgeschwindigkeits-Muni. Oh, die Queck kriegt auch einen coolen neuen Skin mit ein paar Blätterchen drin. Die Weifel 78 Trauma. Das ist einfach nur da, weil da hinten ein Gedöns dran ist, damit man da mit dem Kolben dazuhauen kann. Was ist das denn für ein Teil? Das abgeknickte Moppet. Araton Brand-Muni. Achso, das ist auch wieder mit Blättern dran. Mit den Blättern ist wohl das Ding, was sich jetzt so komplett hier durchzieht, durch das ganze Ding. Das ist cool, die Hive-Bomb. Das wäre cool, wenn man die Sachen auch im Spiel finden würde, weil man kriegt ja manchmal auch so Hive-Bombs oder so, dass die dann automatisch direkt den Skin dann haben. Das Ding sieht echt cool aus. Da bin ich wieder. Kriegst du mir noch eine Einladung? Aber sicher. Womit? Play Bounty da. Meine Einladung. Habe ich alles? Ja, ich glaube, ich habe das können auch direkt so lassen. Ach, scheiße. Es gibt noch Gesundheitsbalken. Gesundheitsbalken. Ich habe jetzt auch noch eine Getränke-Rückgabe. Ja, ich habe jetzt auch noch eine Getränke-Rückgabe. In the dark marshes of Louisiana Where shadows dance and whisper straight Starks, a cowboy, feared by all Attacks, hunter of the night Womit? Okay. Haben wir uns denn viel schmückt? Oh je. Ich habe zu großem Schluck genommen. Oh Gott. Ah, jetzt sieht er schon gleich gleich alles viel schöner hier aus. Noch mal Texturen da. Statt deine. Das ist aber immer noch nicht der neuen Skin. Verdammt. Von der Waffe. Na toll. Boah, jetzt kann ich noch mal erkennen, da ist sogar Gold. Du musst doch nicht mal bei mir angucken, der ist echt. Du musst doch nicht mal das mit dem Holzen so angucken. Aber ich habe doch auch so ein Gold. Hey, ich habe doch den gleichen Skin. Nein. Mir sieht die Waffe überhaupt nicht so aus. Da hat auch Gold drin. Warte mal, kann ich den? Man konnte ja sonst immer sehen. Nee, du hast einen ganz anderen Skin. Du hast den, den ich vorher hatte. Das sehe ich daran, weil du die Schnallen da hinten dran hast. Okay. Das schreibe ich nicht. Warte mal, ich kann da die Waffe angucken. So, aha. Da ist eine Uhr. Aha. Aha. Das ist wirklich eine schöne, richtig schöne Waffe. Also mit dem Holz und dem Gold. Schön, dass du eingeschaltet hast. Dann schaut doch mit dabei. Wir sind noch Moone und Jet. Hallo. Was? Hallo. Hallo. Ja. 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 Oh ja, da ist ein Hammer drauf und hier eine Schaufel. Mhm. Aber guck mal, das Holz mit dem Gold, was ich halt schön finde. Ja, so durchsetzt, so durchzogen. Ja. Das sieht nicht schlecht aus. Oh. Die greifen denn schon an. Oh nä. Ach so, ja, ich hab da. Auf die Fress hat er bekommen. Auf die Fress. Fresh? Echo Fress? Da sind Hunde. Pass auf, die wollen auch auf die Fress. Da möchte ich nicht hin. Was ist denn jetzt der Hinweis hin? Ein Hinweis, ein Hinweis. Ich habe einen Hinweis. Ich habe einen Hinweis hier gefunden. Kommt ein Hinweis geflogen. Setz dich nieder auf deinen Schoß. Auf deinen Kopf. Mit einem Zettel. Kommt eine Patrone geflogen. Oh, hier, Quartermeister. Oh, und hier ist Nachschub. Oh, da komm ich aber gleich mal hin. Quartermeister. Quartermeister. Und ein Geldsack. Warte, ich habe Quartermeister gefunden. Wo ist denn der Hinweis? Äh, der Nachschub. Ach da, haben gefunden. Ja, Gas Station. Und dann holen wir direkt zwei Hinweise. Ja. Ja, jetzt sieht es aber schon aus mit den ganzen Texturen hier. Oder wir rennen direkt an Gas Station vorbei. Hallo. Hey. Hey. Ruhe hier. Klappe. Ja. Da hat die ganze Zeit weiter gemut. Hat gemut. Die Kuh hat gemut. Die Kuh hat gemut. Ist da oben eigentlich irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Ich gucke jetzt mal. Hallo? Ist hier etwas? Hallo? Ist hier was? Hallo? Nö. Ist ja gar nichts. In der DDR-Wochenhaut. Alter, Marcel. Oh, nö. Wie komme ich jetzt hier raus? Ähm. Ich gehe hier. Step, bro. I'm stuck. Warte, ich helfe dir. Du bist wieder oben. Viel Spaß. Step, bro. I'm stuck. Step, gotax. Nee, das ist auch kum. Step, gotax. Step, gotax. Ich muss raus. Was? Ich bin dagegen. Was denn? Stopp. Da hat irgendwas richtig laut geschrien. Hä? Ich habe nichts gehört. Ich habe nichts. Das war echt laut. Nee. Ein Zombie oder was? Ja, das hat sich so angehört. Wow, wies. Ja, treffe ich nicht. Hier ist Geld. Mommi. Oh. Wir müssen noch weiter. Ich habe nur geguckt, ob irgendwelchen Nachschub oder so. Woben. Drin ist. Raben. Die wollen sich an dir nagen. Nein. Einfach nein. 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 Raben. Nein. Wollen laben. Da, 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 da. Wenn ich mit Blutungsmundi auf dich schieße, blutest du dann auch? Durch die Nacht. Bis ein neuer Hunter erwacht. Ja, in zwei Minuten. Hä? Den haben sie jetzt erst gefunden? Ne, hä? Oder haben wir den gefunden? Nein, die haben den gefunden. Aber warum wird uns jetzt nichts angezeigt? Weil es ist immer so, wenn die, wenn er gefunden wird, dann ist das für alle, hier rennt einer da draußen rum. Da ist er. Ja, sehr gut. Ich weiß gar nicht, was seine Mission war, aber... Wollt er sich die Hunde angucken? Ich glaube, wie die heißt. Hä? Der hat den Hin, der hat den Hinweis. Ein Hinweis, ein Hinweis. Äh. Ja, wir haben auch noch zwei Leute hinten auf 240. 240? Ja, ich zünd dir mal eben an. Ich glaube, der ist veränderte Solos. Ich fühle mich aber gerade hier nicht so sicher. Ja. Ja, ichリistisch. Ich weiß nicht, was seine Ich meine疑анды nicht so sicher. Ja, ich Cotton. Ja. 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 Wie man den Schatten da einfach sieht. Hä? Ich seh den nicht mehr. Ich geh raus. Die haben die Eitel schon am Ausgang. Wow. Okay, hier liegt aber nichts mehr tot. Ach, die sind einfach mit dem einen Ding rausgerannt. Ich hab nicht mal mitbekommen, dass die aufgenommen haben. Ich dachte, das Ding liegt da noch. Ja, gut. Dann gehen wir auch. Tschüss, war spaßig. Cool. Dann hat er den wahrscheinlich mit Serpent geklaut. Oder er hat den mitgenommen, als der andere rausgerannt ist. Der eine war vielleicht solo. Und da sind die anderen einfach reingerannt. Ich hab mich nämlich schon gefragt, was er in der Mission ist. Weil er da einfach so rauskam. Er hat uns eigentlich, weil er den Hinweis hat, er hat uns eigentlich sehen müssen. Weil er sich grad in dem, wo der Junge wird. Und dann war er so... Und dann war er halt so offen. Weil er hat die Hunde da, äh... Ja, er hat echt sehr lange gezielt. Wegen den Hunden. Um dann das zu treffen. Und dann hab ich halt die Zeit gehabt, ihm eine Netta zu geben. Schlecht. Da haben wir Jungen. Hat er einen Hetzhot gekriegt. Einen Hetzhot. Uiuiui. Achso, ich hab ja die Dinger hier bei. Ja, das war ja... Eine lange Runde. Das war ja spannend. Das war ja... Ich krieg mal wieder da hinten hier eine Zusammenfassung. Das ist ja nett. Danke. Hm. Wir alle einsetzen, ich hand da nur. So, vielleicht. So. Ja. Hab ja nix verbraucht. Hab ich denn... Ah, warte, ich hab noch 6 Feldpunkte bekommen. Dann nehmen wir mal schnelleres Heilen. Nehmen wir mal schnelleres Heilen. Nehmen wir mal fuhren mit den Jacket mit. So. Kurz Getränke-Rückgabe. Bis gleich. Bis gleich. sue Nehmen wir mal eine halte. Dann marks still mal này. Ja. Das ist ja wahrscheinlich. Was haten okay. Das haten Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin noch nicht so ganz sicher, wo der Käfig ist. Da ist der Käfig. Ich erschro. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich überhaupt nur null aus. Da ist der Hinweis. Wer hat's? Na ernst? Weiter einfach rum. Wer stimmt mit dem Jungen? Ja. Aber wir könnten in die Mitte. Ich kann sagen, können wir über die Mitte laufen. Ich habe ja vier Punkte übrig. Ich auch. Ich auch. Nimmst du dich auch nicht auf den Arm? Wir beide einfach ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Wie dir auch sagt, die Betonung. Ich auch. Okay, wir sind nicht mehr, wir ticken nicht mehr ganz richtig in der Birne. Du nimmst mich auch nicht auf den Arm. Oh. Oh. Hey. Ähm, what? Achso, der schon wieder. Ich erschrecke mich da jedes Mal. Dickes Dynamit-Bundle. Ich weiß auch noch, wo ein dickes Dynamit-Bundle. Okay, gut. Der da. Liegt doch hier. Lump. Ich habe es gehört. Also ich glaube, der ist vor uns. Also die Geräusche. Ja. Als wäre das über uns, weißt du, welchen der Schok und so. Ne, die Schok habe ich gerade geworfen hier. Aber du kannst eh drücken. Da siehst du ja, dass der bei uns ist. Der ist rot am blinken. Oh. Ich habe es hier gehört. Da kommt Lumpi. Halumpi. Der ist hier. Vielleicht nicht so doll husten. Ja, tut mir leid. Kannst du halt so im Hals. Warum 30 Punkte nehmen wir noch mit? Let's go. Oh. What? Achso, der hat noch volle AP. Oh mein Gott. Und der ist immer noch rot. Oh Gott. Marcel, geht er weg. Was? Geht er weg, der ist immer noch rot. Wo sind die? Weiß ich ja nicht. Deswegen dachte ich, wer kann ich denn den machen? Vielleicht kommt der hier reingerannt. Ja, vielleicht sind die auch drin. Ich könnte das nicht, dass sie den machen. Oh, jetzt. Jetzt machen sie den. Oh no. Kommt er mir? Eruption. Ich muss weg. Der hat nicht mal allzu viel. Jetzt kann ich mir gleich hier die Muni voll machen. Weiß nicht, ob ich dich rennen höre oder was? Alter. Alles klar. Darfst du holen? War doch irgendwo eine Muni-Box gewesen oder nicht. Wo war die Muni-Box? Fuck, das war ja nicht. Wir sind auf 225-240. Okay. Was machen die denn da? Ich investiere in eine Spritze. Let's go. Ich höre sie, stopp. Die sind bei mir, vor mir. Ich habe drei Schuss. Du schießt im Feuer. Du schießt im Feuer. Ich weiß es, ich mag Marcel. Oh. Ja, keine Ahnung. Der Crack und... Ist der der Einzige? Nein, es sind zwei. Einen habe ich mit meinem letzten Schuss. Oh Gott. Da kann man rumlaufen. Hast du beide geholt? Ich glaube nicht, oder? Nee. Nein. Ah, mein Gott. Ich war doch noch am heilen, du Arsch. Ich bin erschrocken. Ich auch. Ah. Ich bin erschrocken. Ich bin erschrocken. Ach Gott. Ich bin erschrocken. Also. Ich auch. Achso, warte. Ich auch. Oh! Der Rief! Das ist ja so, was ich? Ich werde das aber... Oh, okay. Oh, 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 oh. So, machen wir mal dat. Ja, ich glaube, Basie kann die vergessen, ey. Warum? Keine Ahnung. Irgendwie bringt mir da die Leute nix. Ich öffne den Uppercut mit und wähle den nicht aus. So. Oh, Niki, wie kommst du in W.O.W. voran? Wo hab ich jetzt noch? Ist man ja noch irgendwelchen vergiften halt? So, jetzt. Shotgun. Elite Damage. Wie sagst du am Gämbeln? Was ist am Gämbeln? Inwiefern? Was gambelst du denn? 690k sind in den Sand gesetzt? Sonst. Achso. Hallo, Schank. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie geht's? Wie steht's? Wie ist es? Hallo, Schank. Wie läuft's? Ja, was machst du denn wegen Gämbeln? Was machst du? Sie gambelt, ob die 690k weg sind. Was ist der Gämbel? Du riechst. Du bist richtig am Riechen. Am Schnüffeln. Versagen, am Riechen, was denn jetzt? Du musst ja schon entscheiden. Nicht alles auf einmal. Genau. Genau das. Du riechst meinen Versagen. Kannst du gar nicht. Du musst dich ja versagen. Tarnräder gekauft, Inji angeworfen und hoffe, dass das dicke Item rauskommt. Tarnräder gekauft, Inji angeworfen? Wie? Was meinst du? Dein Millionär ist fast auch nicht mit Simmerkar weg, Alter. Hey, kannst du mir irgendwie mal so einen Guide zeigen oder so? Ich weiß, dass es ein Beruf ist, aber was für ein dickes Ding. Liegt das Ding da gar nicht mehr drin. Warte, doch. Warte, ist das jetzt weg? Oh, das ist echt abgemacht. Sind erst eingeschaltet, haben so einen Showdown mit dabei. Sind am Moon und scheint. Hallo. Hallo mit Ö. Scheiße, ich hab die falsche Heilspritze mit. Hallo und Hunde. Und weg. Schlüppis. Die Schlüppis. Die Schlüppis. Die Schlüppis. So, wieder, wieder, wieder hier Gaswalks, Dingenskirchen. Scheiße, ich kriege also Hardys, Schlüppis. Schlüppis. Dann kann aber ein riesen Glück ein Item rauskommen, was für richtig viel wert ist. Ah, okay. Okay, auch was für ein Item? Ein Zahnrad. Ein Zahnrad. Oh, ich drück dir schon mal die Daumen. Das Schlüppi, Alte. Jetzt ist das Schlüppi, Alte. Eine Pügel erlaubt ist? Was? Warum redet eigentlich? Warum wird immer in Rätseln gesprochen? Das ist eine Story of my life. Bei uns wird eine Kuh und ein Pferd gedingst. Ja. Ja. 950k. Gibt es nur 13 Stück? Was? 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 Gefragt? So. Ich habe keine Fragen. Ich drücke dir die Daumen. Ein Kuh fährt Dings. Hey, Ruhe. Das Item heißt so. Kuh, die oben lohnt sich überhaupt nicht hinzugehen. Hier ist überhaupt nichts. Scheiß Dreck hier. Fährt Wiat wieder. Fährt Wiat wieder? Ey, da war das echt Prügel-Erlaubnis. Wat? Okay. Man, ich blute schwer. Ja. Ich blute schwer. Oh, nö. Vogel. Vogel. Schwere oben. Die Katze. Irgendwo sind Enten vor uns geflogen. Mhm. Die haben Joghurt. Wir denken Marvin. Marvin. Wir denken jetzt nicht mehr. Wir können alley. Wir denken rooted das wahr. Wie wir können das Wasser entnaden geben, wo wir hier mit der Fluss festumes diese Fluss selbst überzeugen. Wir kochen euch Torbowski. Wir sind aber da. Ich weiß ihn nicht. Wasserspaus. Geil. Vielen Dank. Das verstehe ich nicht. Das ist ganz schön ruhig hier. Das ist voll angenehm, weil hier alles offen ist. Oh mein Gott, nö. Ja, aber dann sehe ich die Hand nicht mehr. Guck mal, ist kein Film an Grimmis. Gibt's Klicken? Guck mal. 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 Guck mal hier hoch? Wir haben oben auch noch irgendjemanden liegen, über den Weg gerade gestolpert. Oh ja. Hier ist noch jemand. Ja, die sind noch. Den kann man nicht mal plündern, der ist ausgebrannt. 165. Okay. Hier haben wir nichts verbarrikadiert. Gar nichts. Hier liegt auf jeden Fall noch jemand. Oh, der hat eine Drilling. Ach dann. Ja, da sind wir noch. Da hinten auf 180. Oh mein Gott, der hat Feuermunition. Oh, hier liegt noch ein Hunter. Der ist ausgebrannt. Nee, der nicht. Oh. Da habe ich auch noch einer. Den habe ich. Ach, den haben wir schon geloont. Guck nur gerade, ob ich auf Fallen sehe. Die sind halt einfach nirgendwo fallen. Oh doch, eine. Die sind da ganz weit. So, okay. Also, die haben halt Feuermunition. Der eine zumindest. Ja gut, aber wie kriegen wir die jetzt überredet, dass die näher kommen? Problem ist, Fallen ist es schwierig, halt irgendwo Fallen hinzusetzen, weil hier kaum Fallen sind. Ja, ich glaube ja auch nicht, dass die rankommen. Nee, die hängen da immer noch. Deswegen meine ja. Die haben ja keinen Grund, näher ranzukommen. Hast du Ausdauer mit? Ich könnte aber ein Ablenkungsding werfen, dass er so aussieht, als ob wir hier schießen. Ja. Wo rennen wir denn hin? Wir rennen erstmal Richtung Wir müssen halt nach der Maschinenschlucht. Das ist das nächste. Okay, Licht. Echt? Wie viele Versuche hast du gebraucht? Wie viele Zahnräder hast du gekauft? Geht's denn? Glückwunsch. Schank ist sauer. Schank, du musst dich freuen, nicht sauer sein. Lass uns mal zum Malz-Dings rennen. Und uns da verschanzen. Ja, ich hab keine Ausdauer mehr. Hast du noch? Hast du noch? Hast du noch? Ich muss gleich mal eben kurz gucken, ob die nicht kommen wird. Deswegen jetzt zum Malz. Schnell. Ja, ich bin auch schon unterwegs. 10k Zahnräder, Alter. Ja, ich bin auch schon. Komm schnell. Ja. Ja, sie rennen. Ich brauche mal hier eine Falle hin. Oh Gott. Ach ja, das hat sie. Ach, diese verfickten Dinger, ey. Okay. Versuchen wir das ein bisschen zu verbarrikadieren. Gucken, ob die hier näher ankommen. Höchstwahrscheinlich nicht. Mach ein paar Fallen hin. Guck mal, ob ich Beerenfallen finde. Natürlich ist ja nicht. Naja. Ach, das ist doch ätzend. Na gut. Ja, komm näher. Ja, einer ist auf 315, einer ist auf 255. Die haben sich gesplittet. Aber wenn die wieder so weit wegbleiben. Das ist ja ungekippt. Soll ich mal gucken? Wie viele Sekunden hast du noch? Fünf. Okay, ich habe eine. Dann guck mal. Einer ist relativ close. So 210 oder andere ist auch so. Auf 210 aber ein bisschen weiter weg. So der eine steht hier unten. So auf dem Platz irgendwie. Oder was auch immer da unten ist. Oder Wasser ist da. Ja, dann ist halt Wasser. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die Weppel noch nie. Ich kenne die Weppel noch. Ja. Oh, wir haben einen Eif gekillt. Nee, ich hab doch Fliegen hingeschmissen. So, und da fühlst du irgendwie die Eif? Irgendwie. Ich guck nochmal. Jetzt ist der Rübergang auf 1680 und die sind immer noch unten. Und dann muss ich wieder weiter weg. Ja, das bringt doch nichts, die kommen halt nicht ran. Wo können wir denn runterlaufen? Hier. Ich weiß aber nicht, ob dort hier unten weitergeht. Na, ich meine, welche Richtung am besten? So, Weglauf meinst du? Ja. Ja, weiß ich nicht. Nach Osten, Südosten? Ja. Hier kannst du noch runter. Hier geht's einfach nur wieder nach oben? Ja. Okay. Da sind Hunde. Genau. Die werden aktiv. Ich glaube, die rennen mit. Ja. Ach, kann ich mir auf den Keks. Gehen wir erstmal bis zur Kutsche. Hast du gerade ein Zombium gone? Ja. 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 Oh Gott, hier sieht man Wasser Spaß. Dein Scheißernst. Ja, die haben einfach beim Rennen, beim Sprinten ein Headshot gegeben. So wie alle. Was? Ja, ja, meine ich ja. Einfach ein Headshot. Ich hoffe, gut. Ich hoffe, gut. Ich hoffe, gut. Was ist denn das denn, warum ich überhaupt immer passiert? Oh, warte mal. Ich habe immer bekommen. Ja, wir haben gekillt. Ja, irgendwas bestimmt. Ne, da auch nicht. Wir haben zwei Kills insgesamt. Irgendwo konnte ich das doch noch anders sehen. Was war denn das denn? Ich weiß nicht mehr, wo das war. Wund konnte ich immer noch ein anderes Ding sehen. Details. Gut. Statistik. Was war das hier unter? Ich habe keine Ahnung. Ich blicke hier nicht durch. Ist egal. So. Jo. Ich will aber erst mal sagen, ich glaube erst mal für heute. Haben wir knapp 5 Stunden. Deswegen. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Hat sehr viel Spaß gemacht. Genau. Und mir fällt gerade die ganze Zeit was auf. Was denn? Man schaut gerade die ganze Zeit mein Gameshund nicht an. Als ob. Hä? Aber du hast doch Leute im Chat gehabt. Du bist doch da und so. Hä? Ja. Das schön. Wow. Ich sehe das jetzt gerade erst, dass es auf grau war. Ach nee. Ja gut. Ja gut, aber dann. Dann ähm. Ja. Gut. Ja. 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 Schönes Wochenende. Genau. Euch noch ein schönes Wochenende. Danke fürs Reinschalten. Gute Nacht Niki und gute Nacht Chang und alle, die sonst noch hassen oder im VOD später schauen oder wo auch immer. Euch noch einen schönen Abend. Schöne Nacht und schönes Wochenende. Wir sehen und hören uns Zeit. Na, wieder einfach Instagram sonst im Auge behalten. Tschüss. Danke nochmal für alles, für dabei sein, für Support. Tschüss. Da ist der Knopf. Tschüss. Tschüss. Untertitelung. BR 2018